so ich starte das läuft glaube ja okay ich hoffe nur der audio ist hier nicht zu laut man wird schon gehen wenn dann schreien ich habe mir als 50 gestellt jetzt habe ich euch besser höher war ja egal ich bin ja ich bin kein streamer mehr ich kann machen was ich will den ton einfach so laut dass alle sich beschweren einfach zwei stunden lang so hält man die chatfrequenz hoch macht wenn du kommentare willst und ein video sagt nicht am anfang des videos schreibt netten kommentar machen rechtschreibfehler in den titel und alle schreiben ich bin universell abschluss von keltek ich weiß du hast falsch geschrieben ein wort jetzt hat der simon jetzt vor kurzem noch gehabt da hat er den short hochgeladen und die wie einfach nur taktisches warten hat das video genannt hat einfach bei dem set einfach eine mine hingelegt wirklich der du hast gesehen will mini gelegt hat sich hingelegt und da kam da wirklich spieler und er trägt nur hate kommentar bekommen und das war das meiste geklickte video der hatte da er die leute so wie wir so ein bisschen so einfach mal just for fun videos hoch riechen die auch an ihren fingern ich glaube auch die hatten 2000 der hatte das short hatte 2800 klicks einfach nur wegen hate mein finger riecht heute wie eine norwegische hafen prostituierte ich habe nämlich im boxkampf gegen thunfische gehabt aber thunfische werden gewinnen gegen löwen oder wie war das bei die etwas anderen cops sie werden sich geräte aus algen bauen mit denen sie ein land überleben können und dann so ich sag jetzt erstmal hier hallo zu ein paar leuten sollten das früher immer gemacht ne turtl ist da grantelbart hallo er landgraf der nachtelf irokäse liegen das gleiche menschen die alles immer noch dieselben leute ich dachte kommen mal neue jetzt nach so langer zeit felix high christian grieben grieben woher kenne ich das wort grieben griebenschmalz oder wie heißt es gibt es das wort griebenschmalz ist es irgendwie in meinem kopf shampoos darf ich habe ich von vogel ist da mit seinem spitzen schnabel sticht er wie an anis anusse anusse aber seht ihr das sandwich ja auch leute das da ist ein sandwich bei mir liegt hier ein sandwich oh ja also das sehe ich nur bei dir hier ist ein donut sogar hier ein donut sehe ich nicht kann das nicht treten guck mal hier mit seinem habichtsbein ja also wenn wir ein vernünftigen schuh für mich finden auf der linken seite dann gerne felicitat hallo ein wunderschöner guten abend felicitat griebenschmalz gibt es alle sagen ja okay was ist griebenschmalz was ein griebe anusse es ani 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 ist glaube ich die mehrzahl von anus oder okay wo müssen wir hin wir müssen hier juhäfner bretten oder was die golden also ich glaube dass wir sind und das ich habe das graue zeichen ist die nebenquests und die goldene ist glaube ich die hauptwest also das graue hier das hier dürfte nebenquests sein alter niko zwölf monate ne elf dankeschön hier müssen wir erst her glaube ich oder sicher sage den behörden ist bei mir oben ach so stimmt warte mal ich würde sagen kann man die ja irgendwie aktivieren die quest hier sagt den behörden dass du immun bist da nebenquests da warte mal nebenquests höllischer so höllischer party spaß da müssen wir hin ich gehört es wird strom purtis hallo einen wunderschönen guten abend michelle 98 ist ein geburtsjahr 98 ist eigentlich voll crazy überleg mal wenn sie 98 geboren ist dann ist sie schon mitte 20 verrückt ich bin wir sind mitte 100 gut ralf ist mitte 107 du stehst im strom ja aber ich da war hat mir ein zombie angefallen verdammt verdammte haxt verdammtes rohr starb dinge elektrizität und wasser sind ein tolles gespann da finde ich auch ach so wir müssten hier den strom herstellen indem wir dahin strulern genau hier nimmt glaube ich die habt ihr das selbst ausgewählt oder habe ich die quest ausgewählt du bist der quest meister okay dann habt ihr die quest die ich mag tiefer ok er hat strom ach so weil wir jetzt ach so eigentlich ist alles kaputt aber wir stellen das wasser unter strom oder fast wie geht's gut dankeschön ich habe einen extrem ordinären finger geruch deswegen bin ich gut drauf was getrieben habe ich hatte die woche spätschicht doch schön auf der arbeit wie das kreuz verbogen alter und schmerzen aber es ist eine schöne gesunde art von schmerz drücken und kannst du auch schon wie er weggeflogen ist zombie in der hecke ich habe dir eine rückenmassage gegeben wie funktioniert das mit dem mit dem aufladen das symbol verändert sich ja schlagen und rückhalten ja aber das symbol das wird dann bei mir irgendwann rot und immer größer genau wenn es rot ist dann stürmst du den zocker das hat bei mir nicht geklappt aber dann schützt du den zombie an wenn es rot ist guck dir die an oh toll toller sprung super verlieren die auch mal loot ja ab und zu ja stimmt dem einen ist für den sneakers aus der hose gefallen aber da war meist drin sneakers alter der herr landgraf hat endlich einen neuen job geil sehr gut ich baue wieder flugzeuge ist ein sehr befriedigendes gefühl ja ich mache immer noch das was ich als waffe habe rohrleitung nehmen ralf zeigt mal wieder sein rohr ja upsie alter was mit dem hier passiert hm äh der hat gewartet bis ich wieder streame ja word to the wise kid if you're gonna fight these things with grenades don't do it in your own home ha 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 well luckily the lift rail looks dirty power them and i'll take my chances aber mega alex freut mich für dich ich hoffe du freust dich auch über neuen job anschneiden das wird eine wilde fahrt hier liegen auch sehr viele waffen auf dem boden ich glaube das wird eine wilde fahrt hier ist mir egal ich habe ein elektro rächen ich glaube wir müssen den knopf da vorne drücken kann es sein das ist das ist wirklich kreis nur mit rücken problem ich kann ich kann nur springen und treten ich kann dropkicken ja dann habe ich das vielleicht noch nicht ausgegeben wahrscheinlich könnte es ist jetzt da oben und könnte es braucht freie bahn die freie bahn halt es mit den schuhen auf dem sofa runter runter mit damit wir hätten eine ecke dumm 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 alter wer haut denn da raus der narrenkopf haut raus ist ja gar nicht zwei euro mega geil mal wieder ein bisschen taschengeld mir ging es echt ich konnte mir nichts mehr kaufen auf der arbeit wie so ein echter arbeiter der jetzt immer zum monatsende schmoren muss oh die sind echt viele oh entschuldigung seht ihr die da auch an dem tisch entschuldigung es tut mir leid aber ihr ferkel habt hingeschaut ihr schweine alter wer hat die so hingelegt das habt ihr mit absicht gemacht er kommt mit seinem treppenlift da runter ja sag ich doch die ganze zeit der kommt da runter gefahren naja gut man muss sagen dazu sagen die treppe ist kaputt also ja deshalb hat er die treppenlift guck mal nicole die treibt es immer noch voll doll hallo dank kopf dankeschön schraub ich schon mal aus wie live läuft ich hab vier kilo abgenommen glaube ich immer mit der ruhe klassiker lassen sich nicht hetzen oh mein gott ne ja das so ein bisschen das erinnert mich so ein bisschen an an keys jaws zweite villa ne gibt es hier noch sachen zu looten da ist ne schublade ah hier ist loot zeug siehst du sag ich doch kleiderschrank bojo hier keystros youtube preise sind hier auch alter der ist ja wirklich langsam unterwegs ne ja ne lässt sich ja nicht hetzen ne was war warum es so lange weg war ich wollte erstmal ein bisschen clean im kopf werden wieder normal und mein leben so ein bisschen funktionell orientieren und es hat auch ganz gut geklappt ich schwitz jetzt nur noch halb so viel beim schlafen welcher party spaß okay ne butterstulle noch vom narrenkopf geil dankeschön ist das you hefner ja irgendwie wohl vom aussehen her jetzt wo er im henno-netzwerk ist da macht man richtig asche ja glaub ich auch wenn du slipper hast so hausschuhe mit deinen initialen drauf ne dann hast du geld und dann hast du es geschafft dann hast du es geschafft dann brauchst du nichts mehr das ist das letzte was du dir kaufst wenn du alles hast ich mache meinen Weg nach oben nachdem ich meine Aufmerksamkeit zu diesem Ort ja du hast heute gut gemacht danke nochmal du weißt du ich bin nicht sicher dass du deinen Weg nach Amazon in einem Stück ein Golfschläger haben wir gekriegt mhm und jetzt dürfen wir seine Hütte ausrauben Peggy Hero make sure I get there er sitzt jetzt einfach da und okay können wir da wo klettern? da woher? ne ich habe gerade auch gelegt aber wir können jetzt hier rein ach da ist schon einer drin er loot jetzt schon Bauplan oh Bauplan schön oh leichtigkeit mhm hey ihr liegt bestimmt für den Kopfschläger hier liegt im Kissen hat der wohl ne Alarmlage? ne hat er nicht also wir können hier sein Eigentum zerstören so hey danke dass du mich gerettet habt zack uns als auseinander ja aber wirklich Pünderer oh hab die da wieder reingetreten die kam doch raus neue Fähigkeit aha okay ja okay dann bin ich arm ich hab die ollen Badelatschen was die guten Adiletten alter ey BoboNator hat übrigens 3 Euro donated ey BoboNator ist ein geiler Typ muss ich ja echt mal sagen dankeschön alter richtig geil da freut sich aber YouTube wieder guck ich steige ich direkt wieder in der Statistik ja guck mal was Ralf gespart hat die letzten Monate weil ich nicht gestreamt hab naja er hat auch jetzt Slipper mit Initialen drauf das konnte er sich früher nicht leisten das sind aber nicht seine Initialen das sind nicht seine Initialen naja stimmt da steht KV drauf ich weiß auch nicht warum so I just can't stop winning so haben wir noch irgendeine andere neben Chris haben wir grad nicht ne ne zurzeit nicht nö können wir ein bisschen rumlaufen wo seid ihr denn sollen wir raus gehen ja ich bin auch in der Küche ich bin auch in der Küche hier ich nehme mal ein bisschen hier Verbände mit oh hier gibt's ja ja okay ihr wisst ja nicht was ich blutet habe ne das ist ja für alle für alle hier unterschiedlich du meinst hier das Hackebeil ne für mich lag hier kein Hackebeil für mich lag hier ein Medikitt und Kleber ne Sack bei Lucky Aaaaah Kleber bist du Klaus Kleber? Prinzessin guck mal wie ich hier liege was 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 Prinzessin was hier im Chat ist Prinzessin guck mal wie ich hier liege wo war er so lange arbeiten zu Hause gechillt geschlafen gebums halt das das Lotterleben was man so was man so macht wenn man nicht auf YouTube gezwungen ist ja sehr viel im Discord gedaddelt ich guck mal kurz ja wir haben tatsächlich neben Chris haben wir gerade keine nur noch StoryQuests ok hier ist auch noch voll viel Zeug hier liegt überall Zeug ja ja wo du es vorbereitet hast ich glaube ich würde jetzt auch lieber ein bisschen erstmal so rumgucken ne gibt's nicht ne Karte gibt's auch noch ne ja tatsächlich ja hier da hat sich vorher Kreis umgekehrt der Ralf umgezogen hier im Badezimmer ja ne nicht umgezogen da war ich mal kurz auf Klo oh oh war ja wieder Taco Dienstag ich hab gesagt ihr sollt nicht bei dieser mexikanischen Rummelbude da so essen oh und habt ihr nicht demnächst einjähriges tun die heul das war schon kaum ein Typ der nicht mehr fängt da an zu leben ja das sagt er jetzt kommst du schnell Zombies mit einem Totenschädel oder reißen dich in Stücke wenn du nicht aufpasst vielleicht haben wir rausgetreten habt ihr einen gefunden der Totenschädel hat oder was ja der Soldat hier oha tschüss wir sind zu dritt dem oh das sind ganz viele mit Soldaten oh vielleicht sollten wir die Tönton zu machen ich weiß nicht obwohl den kriegen wir wirklich ne wenn da einer drauf schießen könnte und kann ich auch ich hab meinen Golfschläger dahin geworfen es hat aber nicht so gut funktioniert aber mein Golfschläger wo ist der jetzt? der in dem Feuer kannst du den aber rausholen wie geht das wieder aus? hat einer einen Wasserkanister dabei? ja ich wollte gerade sagen hat irgendjemand einen Wasserkanister? ne ne geht ja wahrscheinlich von alleine aus oder? irgendwann muss das ja mal wahrscheinlich warte mal da liegt mein mein Messer liegt da ja mein da liegen Sachen im Feuer das ist ein bisschen lobe ich hab meine Elektromachete wieder ich bin mein Golfschläger aber ich will nicht zu stark brennen ich will auch den Dropkick haben du hast dich die Figur dafür ich glaub ich auch nicht ich hab mich die beiden Beine dafür du hast dich die Figur dafür wie meinst du das jetzt das? ich hab die Masse wenn ich aber treffe mich nicht am boden übrigens ich muss die kürze räumen wenn du bin ich aber dann bist aber ganz schön ganz schön am boden ja die achtung die treiben sie voll doll die springt immer da die blöde die haare abrasiert hallo ams strom immer drauf treten die hinsülze auf dem boden verteilen ist immer gut gehen wir hier eigentlich gerade hin ja ich glaube hier sollten wir noch nicht sein glaube ich auch nicht gut ich meine das ist die erste quest so viel können wir wahrscheinlich noch nicht verpassen ist alter die sind alle hier ich glaube wir sollten hier weg also die sind alle hier totkopflevel kriegen wir denn von den xp ja auch gut xp oder ich hab noch nicht drauf geachtet ja er geht so 15 also 15 sie viel ja ich glaube wir hauen ab ja komm weg hier das hört ja nicht auf und das ist auch wischen ja immer noch von hinten vor denen kann man die tür wieder zu machen ich glaube nicht verdammt ja wir gehen erstmal weg ja ja ich würde sagen wir chillen erstmal hier irgendwo da guck mal die hat aber ein schönes kleid die war bestimmt die war bestimmt bei big brother deutschland den abend herr jonas schalke hier liegt auch was rum ist nackt und voller kalt was liegt nur synthetik fasern hier oben ja und der bitte schweigen jetzt muss man ach so die hatte getroppt okay hö 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 ich habe die geschlagen und bin irgendwie in meter zurück teleportiert worden damit die kanister ich habe den wasser dran geschlagen jetzt kommt da wasser und da was macht sie denn da dies kommen ist traurig irgendwie ist traurig kotzt die da gerade oder oder ja ach das ist näher ich bin ein richtiger beach boy ha 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 ich bin mir mit dem kopf in die rille rein wir haben keinen zugang hier ja aber hier sollen wir doch hin oder ja aber wahrscheinlich müssen wir erst hier oben im code oder sowas finden ja schlüsselkarte oder von hinten rein weiß es nicht oh hier so diese heizpilze sind auch gefährlich mhm mhm ja ich weiß ja genau die fenster hier zerschlagen hier oben ist es offen aber hier ist so eine porno kamera hier können wir hier ist eine porno kamera hier ist eine ganz viele porno kameras hier drin ja 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 wo sind wir hier gelandet tatja hallo einmal einen schönen guten abend das ist ein haus nein nein da ist mehr gold drin aber sagen wir es so er hat mehrere etagen runter mit dir oh ich habe sie in der mitte gespalten da kommt einer hier sein ich glaube ich glaube ich glaube ich töte gerade wir töten gerade glaube ich ein vip zombie eh wie wohl der hat so einen stern am liebesbalken am liebesbalken achso ah der hatte ne schlüsselkarte oh hier guck mal ralf sein streaming setup ja hab ich auch gesehen in den pool kann ich auch einfach das wasser schlagen mit meiner elektromachete ja ja ich spiel golf tritten ja ob ich all- tuh hat jetzt hast du was tig auf h hilfe ich war hier fitnessstudio der zu betrieben mit seinen massen big muscles wenn man die ganze zeit immer auf das gesicht von den zombies geht wie die danach aussehen ja ja kannst du nicht schön das ist ja wirklich bei dem einen haben schon die augen scharfkantiges material bargeld rings das klingt aber nicht mehr so gut war guck mal hier was ist das für rippchen vor schimmelrippchen der hier hatte zu viel vom buffet der ist ich nur männlich das ist der selbe den ich auch unter meinen fuß nägeln züchte ziegenstall hauptschlüssel erforderlich was hier ich wollte die tür öffnen da steht ziegenstall oder ja ja ziegenstall hauptschlüssel zwei chinesische franken voll geil dankeschön warum habt ihr ein alarm ausgelöst sind wir jetzt drin ich spiele auch mit katja und senfi was so grüße aus der schweiz aus der schwitz in die schwitz ich schwitze auch gerade ein bisschen und mir tut der rücken weh extrem der untere rücken schmerzt weil meine ganzen sitzmuskeln sich jetzt auf zehn stunden am tag stehen muskeln ja ich habe ich habe gerade zombie probleme ich weiß nicht wo ihr seid aber aber danke einfach dankeschön für die was ist hier los pflegerei hier ist ein skateboard wer macht ein kickflip oh guck mal ja ich hab's auch gerade schon gesehen wir können doch erstmal hier die kneipe-wagens looten oder was wen looten das ist hier die kneipe oder hm ist hier irgendwas besonderes das ding sagt wir sollen da hin ach so da brauchen wir gar keinen schlüssel für ach so wir brauchen gar keinen schlüssel wir konnten einfach die scheibe einschlagen ja aber hier geht es auch in den keller das finde ich schon ein bisschen interessant ja da würde ich auch hingehen obwohl guck mal hier ist eine kneipe die kannst du looten junge hören sie sofort auf an dieser person rum zu kauen dem gehört der dolch ich nehme den mit da steckt den dolch drin keine ahnung dem der gehörte dieser Hackeball das ist Hackeball ja das war von Mainz den dolch mit dolch habe ich keinen die musik die musik wir haben eindeutig Schmierpong gespielt vielleicht oder Schmierpong klingt so als ob du bald deine tage bekommst warum ach so weil mein unterleib weh tut und ich schwitze Bowling spielst du am PC ja ich spiel am PC oh Ziegenstall Dan oh guck mal ja kann man kann man das jetzt echt hier spielen doch kann man wirklich treten alter er war mit seinem Dropkick hier ey guck mal hier jetzt ich machs mir jetzt einfach und oh zu ja ja so bam boah das war ein guter Kick Achtung da kommt noch eine komm komm sanfie hier dance na komm schon ich hab mal Dike fit aber wir machen jetzt hier 보�ans mit denn ganze time splitters war ein automat den gab es wirklich ja die machen hier werbung mit ihren eigenen spiel gerade team alpha hat acht gegen team beta 2 geile melonen schön zwei schöne pralle honig melonen dass ich den abend gerne ausklingen die arbeit läuft mir zufrieden ja es habe ich bin sehr zufrieden ich bin sehr zufrieden ich habe eine gute arbeit mit geregelten arbeitszeiten mich nicht zu hart stresst die ich gelernt habe zu machen und dementsprechend relativ schnell auch wieder drin war jetzt wie sagt mein körper ist jetzt natürlich noch ein bisschen geschockt im allgemeinen weil naja wie das halt so ist man muss sich erst ein bisschen körperlich dran gewöhnen vor allem meine füße einfach zehn stunden am tag stehst und läufst und hin und her nur nieten bremsen ist halt auch so eine sache ist der kameramann ich muss im geld verdienen bitte ich brauche halt quasi dieses kleine letzte ganz winzige stück vom flieger die kamera umgestoßen und bei einmal ein wenig sache sind halt ich kann es nicht mehr hinsenguck körper damit belastet kreis gar nicht ausreden jetzt kommt okay alles über siehst du ein paar zombies ich ja mal hier da ich liebe zombies wichtig hier ist ein sicherungskasten wo sind diese sicherungen eigentlich immer weil wenn hier sicherungskästen sind lass die in ruhe da ist eine autobatterie aber warum schützt das wasser wenn ich da reinlaufe das war ich nicht das ist der wasserschlauch alles scheppert nur kreis schon draußen klar ich werfe batterien das auch ja überall ist eine sicherung keine ahnung zum spiel nachher nebenquests also wir sind ja noch ziemlich am anfang des spiels also eigentlich direkt am anfang des spiels ja ich sag ja deswegen können wir auch noch so viele nebenquests gar nicht haben ja am kaufmann gibt sicherungen nach kann man die so kaufen und dann als gegenstand mit sich führen oder wie ich dachte man kann die hier so was hast du vor der zieht halt wieder so eine spur ist schon auffällig warte ich hab wasser kann nichts da ich kann dann auch wieder aufräumen warte das ist ja eigentlich ein model 3 oder was warum nicht ich hab ne batterie achso not in service wart ihr schon in dem bus hier ist ein bus nein da kann man reingehen ich gehe in den bus hallo können wir damit heimfahren ne ich glaube also der hat zumindest verspätung das ist der battle bus der bang bus oder wie wir noch bei fortnite ist doch der battle bus ne achso ich dachte du meinst hier den von brazza oder so ja so ha 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 oh my god dumm 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 alter dingo 20 euro nicht glaubst du nicht nice dingo alter im super chat da muss ich wieder zwei monate drauf warten aber dankeschön voll geil dankeschön für 20 euro mega nice viel vielen dank leute ihr seid krass drauf 200 leute und ich hab im monat nicht gestreamt und ihr seid trotzdem alle da das ist sexy auf jeden fall richtig geil ja ich hab ja gesagt die warten dann auf dich ist alle heiß auf dich verrückt ja ralf hatte die ralf hatte die ich weiß nicht ob er das aus sucht vielleicht auch gemacht hat aus eigennutze ah kreis du kannst das auch streamen weißt du weil dann eventuell kommt da vielleicht noch was von mir gleich hm ich weiß es noch nicht das ist ein anderer ralf das ist ein anderer ralf das ist ein anderer ralf ja das ist ein anderer auf jeden fall ein anderer ralf das ist äh ALF ich mag Katzen hm GALF kaste parkort krasser scheiß hier steht einer wieder auf wenn ricardo sommer es war soll sein schritt schwitzte intensiv ich hab ein offizierschwert liegt hier rum aber mein inventar ist voll das will ich nicht ja dann kannst du krebs sachen recyceln aber hier ist eine werkbank übrigens bei mir kann ich nicht nur an der werkbank recyceln in der tasche du kannst im betal öffnen ich das ja ich weiß jetzt nicht wie es auf dem controller ja du kannst du mit der machen und da kannst du graue waffen die du zu viel da rucksack genau da kannst du es recyceln irgendwie wir hatten da raus dante los haben schon danke lust an dante los und was andere kann ich noch nicht lesen kann ich gleich erst lesen denn es erscheint so wo seid ihr denn ihr offiziere wo habt ihr denn da so einen tisch im container ja im container da ist eine werkbank ich kann nicht einfach leuten die sagen ich bin im container in den container folgen ihr wisst es ist die vergangenheit die hat mich geprägt sind die gepassiert es sind die gepassiert ich will das offiziersschwert ein bisschen upgraden elektroschocker mod das ist die einzige mod die ich hab ne wo hier habe ich ein bisschen was verstärkung angeben was ist denn angeben aber kann ich eh nicht machen verstärkungen das offiziersschwert bekommt eine federleichte leichtigkeit und dann noch mal hier so geil um dumm dumm da war es el somi el somi hat fünf euros raus dankeschön voll nice vielen dank voll sexy aber ist das eine militärvorräte kiste schlüssel zu militärvorräten erforderlich warum braucht man immer schlüssel für alles zombie apokalypse ich hab ein elektronisches schwert ralf will uns einsperren und kochen wer will sich einsperren ralf will uns kochen ich bin aber noch an der werkbank ja er will uns aber kochen ja ich koche ich alle ralf was machst du da drin die zünden mir das jetzt an ich wusste nicht dass da noch was drin ist was explodiert warte komm raus kannst du kriechen ist hier noch ein wasserkanister ich höre gar keinen sound welchen sound was meinst du denn das ist der falsche sound so darf ich jetzt in ruhe an die werkbank alter der sound ist ja 15 jahre alt hat er dich wiederbelebt sonst war ich das schnell ja ich habe ich habe wiederbelebt alter der sound ist ja 15 jahre alt den part muss ich aus dem stream wieder cutten wegen copyright bestimmt wieso ist der so wieso ist da so ein alter stream donation sound drin unterstützung streamlabs was schließen meine trinkgelder warte warte ihr kriegt gleich einen richtigen sound moment multistream hier ist alles neu was soll denn das für eine scheiße streamlabs immer auch was hast du wieder gemacht ich habe gar nichts gemacht du weißt du weißt ganz genau du weißt ganz genau was dieser komische ralf da sehen möchte ne also jetzt nicht also ich bin ja der falsche ralf aber der andere ralf da der so krank ist ja der ist richtig krank ja der geisteskranke ralf aber die haben hier das das wichtigste die haben hier alles neu unterteilt wo sind meine donation sounds und warum sind meine donation sounds 700 jahre alt monatliche trinkgelder schimpf worteinstellungen ich kann meine ganze waffen hier nicht verbrauchen kann ich naja im sprechen ist es einfach alles weg den golfschläger könnt ihr auch noch nicht aufwerten ne ne ich glaube nicht ich könnte nur die stufa anpassen einstellungen speichern hilfevariationen da 500 alter schwede bearbeiten erstmal abrotten was für eine kacke und warum ist das so abbrechen äh äh add a variation hm ich mach das ich muss das ganz schnell machen aber ihr wisst ihr es ist donation ja ja alles gut least äh layout animation mit 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 url nein doch los 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 mit auf m aber kann jetzt auch als donations verzorgen kannst du also sind auch wecker soll denn als Ne, töte ihn jetzt nicht. Hab ich das nicht gemacht. Äh, abbrechen. Okay, warte, wir haben das Ding, den. Exactly 150 haben wir jetzt. Keine Ahnung, ich spreche jetzt erstmal. Meine Stimme ist normalerweise nicht so leide, Lengard. Und Lengard, du bist der Einzige, der sich jedes Mal über den Ton beschwert. Stell doch deine Anlage mal richtig ein und nicht nur auf Bass. Meine Güte, das gibt's ja nicht. Seit Jahren, du streamst vier Jahre lang am Stück, keiner sagt was. Lengard kommt rein, der Ton, du bist immer so leise. Ja, aber Kreisler, jetzt mal ganz ehrlich, ich guck grad deinen Stream, ne, also der Ton ist wirklich nicht optimal. Ich rede auch gar nicht ins Mic. Na nu, wo ist meine Donationzahl? Ruhe jetzt! Ich muss erstmal Ralf seinen Donation-Sound hinkriegen. Wir beruhigen uns jetzt alle. Musst du nicht, wir können auch einfach weiterzocken. Nein! Nein! Ralf, hier wird klar frisch geteert. Ja, ich seh das schon. Mein Gott, was passt du hier? So, warte, jetzt kriegt Hilmar nochmal seinen kurz. Wo ist der Ton hin? Kann man den auch mit Strom anzünden? Ja. Ja. Hört ihr den? Ne, hört den nicht, ne? Huch! Äh. Aber, hey, hört auf! Ich hör das! Warte mal, wenn ich jetzt da reinklicke... Wir wollen doch... Ich will das... Wo ist der Ton hin? Warum ist das alles kaputt? Ihr wart das. Ihr wart das. Okay, aber ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Man muss jetzt dahin gehen, dann dahin... Das ist total bescheuert, Alter. Wir haben alles neu gemacht bei Streamlabs. Ich bin in einem Monat nicht da, so ungefähr. Ja. Nachrichti-Box. Haben wir nicht in einer Wasserplasse, wo wir Plunky-Ball spielen können? Warte mal, ist da hier bestimmt, ja. Komm, jetzt können wir doch auch mit einem Benzinkanis machen. Ne? Ah, da, ich habe einen Benzinkanis gefunden. Da können wir jetzt Plunky-Ball spielen. Ich habe es gehört. Ja, warte. So, hier. Hui! Was war es wert, was? Was war es wert? Das war jetzt mal ein echt mickriger Wurf, ne? Hab ich ihn. Hab ich das jetzt gehört oder höre ich jetzt gerade nur einfach nichts mehr? Ja, irgendwie hört, glaube, bei einem Stream... Ah, warte, 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 warte. Okay. Das war Hilma, glaube ich. Oh. Okay, das war Hilma und der Ralf hatte... Ja. 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 Genau sie hat die Puppe. 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 7 Ich kann euch nicht hören, ich weiß, dass ihr redet, aber bei mir ist es sehr laut aufm Ohr. Ja, das war doch in der Schule, gab es eigentlich Schweinchen in der Mitte. Ja, genau. Darf man sowas heutzutage noch sagen? Okay, danke Ralf für 500, Alter. Galf. Gandalf, Ralf. Gun Ralf. Gun Ralf, das wäre ein geiler Name. Und Hilmar, Alter, danke schön für 11. Also den Ralf würde ich auch gerne kennenlernen, der auch immer im Chat. Ralf, der scheint, dass ich sage, der hat so Slipper mit Initialen drauf. Das ist ein richtig krasser Typ. So, jetzt hier Camp, ich mache kurz hier, jetzt geht es los, Leute. Wo gehen wir hin? Ich bin wieder dabei. Ja, okay, perfekt. So, das sind Armee-Zombies. Ja, genau, schön, schön, schön mit, schön mit, ja, ja, ja. Anzünden. Oh nein, das brennt. Ich habe seinen Hut runtergeschnitten. Er brenne Zombie, löst auch dann einfach mal die anderen Füßen aus. Okay, gut. Ralf hat auch die Batterie mitnehmen noch. Alter, Michelle, haut raus. 31 Monate, was ist denn los, Leute? Das ist hier Marathon heute, oder was? Ralf hat wieder animiert. Das ist, das ist, das ist, das ist... Auf vielen Ebenen unfair für den anderen gegenüber, Ralf. Oh nein. Michelle, danke schön für 31 Monate, super sexy. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, Autobatterie und Benzin ist echt... Ehm, danke nochmal für elf. ...eine Kombination. Was macht ihr hier? Äh, Till-Party. Sie hier rumstehen und Sachen anzünden mit ihren Kanistern. Der eine hat Kanister, der andere ein Schmerz, so, weißt du? Nee, ich hab ne Autobatterie gehabt. Team Feuer. Ich muss den mal ausweichen irgendwie und dann... Alter! Oh, sorry. Sorry. Da ist noch einer, da ist noch einer, Ralf. Wo? Wo? Achso, da. Dantelos! Alter, da kommt gleich noch mehr. Was geht bei euch ab? Die Groschen fallen aber heute locker. Ey, ich muss wirklich öfter streamen. Dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Nee, aber es ist, es hat alles Vor- und Nachteile, sag ich euch, wie es ist, ne? Aber es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, einfach so gegen 14.30 Uhr Feierabend zu machen. Wenn du Frühschicht hast. Unabhängig. Vor allem unabhängig zu sein, ne? Ja, ja. Nee, und jetzt auch so, jetzt auch auf Spätschicht, so, ja, okay, ne, du hast so den Soll für die Woche erfüllt, weißt du? Und dann kannst du halt auch mal sagen, ach komm, ich geh heute mal zwei Stunden früher, ich war Samstag arbeiten, hab ein paar Überstunden reingefahren, weißt du? Aber auf eine angenehme Art, die mir Spaß macht auch, ne? So, es ist nicht so, dass mir das hier keinen Spaß macht, es macht mir mega viel Spaß, aber mental ist es einfach was anderes. Viele Leute fragen auch, ey, warum bist du wieder da und so, YouTube, ey, ist doch viel geiler, ey, kannst ja ausschlafen, kannst du mal machen, was du willst. Nee, kannst du nicht. Klar, wenn du Kies bist und 30, 50 KM im Monat farmst, dann kannst du das machen. Aber wenn du Kreis bist und netto 1500 hast, außer Ralf ist da, dann, äh, was, wer ist Ralf? Kenn ich den? Dann Ralf, der Graue. Sag mal, wollen wir da unten wirklich rein? Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, töten, töten. Aber guck mal, wir haben doch Elektro-Waffen, da ist das Wasser. Aua. Ja, hat funktioniert. Okay. Alter, die, oh, 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 oh. Die ist aber hier, Junge, Junge. Ey, die gehört mir, die ist hot, die nehm ich mit nach Hause. Okay. Aua, aua, aua. Oi. Also das mit dem Kicken ist nicht so mein Ding. Nee, also, Seppi hat ja den Dropkick, da, wir haben nur so'n Sprungtritt. Nee, ich hab auch nen Sprungkick. Ja, ich kann auch nur, ich kann auch nur in der Luft springen, aber er hat nen Dropkick. Ach, weißt du, wo ich mal reingucken wollte? Ich wollte mal eben kurz in die Karten gucken hier. Ich hab doch neue Karten gekriegt zwischendurch, oder? Ja. Ja, guck mal hier. Der Gebrauch eines Medikids löst eine kraftvolle Explosion aus. Ja, aber da guck ich auch mal kurz. Da hab ich nix Neues. Ach, doch, ich hab tatsächlich auch neue Sachen. Was denn hier steckt? Wunderschönen guten Abend, Ypsi Kulpa. Noah ist auch da. Hi, ein Wunderschön, ihr Süßen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ah, guck mal, Scruti MacBurgeballs. Hörit, hörit. Ein Edelmann, der gerne half, sein Name war Ralf. Ja, den möchte ich gerne kennenlernen, diesen Ralf Live. Also wirklich. Er züchtete Sexziegen. Hahaha. Sie züchten Ziegen, ja. Für, meine, für meinen Gebrauch auch. Wollen sie eine Milch oder eine Sexziege? Also ich kann mir das auch nur leisten, weil ich beim Hanno angesteppelt, also von daher. Ja, da, ey, die Hanno Crew, sag ich dir, du, die machen, da brauchst du nix mehr. Klar, dafür muss er jetzt zweimal am Tag streamen und so, aber hey, das hat ja sonst nix zu tun. Ey, ich hab, ich hab ne Clownwaffe bekommen, also so Wolverine-Waffen, die nehm ich jetzt. Oh. Ey, der unten, das Wasser ist schon wieder voll mit Zombies, warum spawnen die denn ständig? Wahrscheinlich, weil wir zu dritt sind. Ey, ich muss mal kurz recyceln. So. Und warum haust du mich? Ach so, den hast du auch ausgewählt. Der Ralf züchtet Goldesel. Nein, mein Schlüppi verkauft, der läuft immer noch. Der Schlüppi verkauft, äh, Schlüppi-Automat am Bahnhof. Neben dem Pizza-Automat, aber beides kann man aufgewärmt kaufen. Warten Sie, vier Minuten, dann ist hier Schlüppfer warm. Gehen wir da lang? Ich guck mal kurz auf, ich guck mal kurz auf die Karte, man kann ja auch Sachen markieren. Ja, kann man. Das sind Fragezeichen, das sind wahrscheinlich dann Nebenquests. Ach so, können wir mal hingehen. Seht ihr die Markierung? Ich seh sie gerade selber, wenn ich mal, also, hey. Ah, da müssen wir aber eh hin anscheinend. Ah, das sind dann aber die weiß markierten. Halpern-Hotel. Ah, das ist, äh, lively. Oh, Alter, er... Oh, hab ich ihm ein Loch in den Kopf geschlagen. Alter, warte, ich muss Dantelus noch Danke sagen. Leute, jetzt hört mal auf. Ich hab noch gar nicht alle Donations genannt hier. Alter, wir hingegen dem Wagen und Regner. Boah, da hat einer geschrien. So, jetzt nochmal, warte, wo haben wir? Hilma haben wir, Michelle haben wir, Dantelus, sexy Show gibt's nochmal ein Zehner. Dankeschön, Dantelus. Guck mal, Dantelus ist hot geworden. Voll geil, Dankeschön. Vielen Dank, Leute. Und dann haben wir 4,20 Euro von Argo. Patrick Jack hab ich vergessen, 2 Euro und Groschen. Groschen, 2 Euro hier in Bayern, ist das, wie heißt das in Bayern? Zwickel. Oder, wie heißt das bei euch? Gibt's da Slang bei euch? Gab's da, wie hieß das im Ruhrpott? Heiermann. Ne, ein Heiermann war 5 Mark damals, gell? Ich glaub, ein Heiermann war ein 5 Mark Stück. Argo, 4,20, Dankeschön. Stefan, hör mit, hör mit, dein Edelmann ist aufgetaucht und er hat nur einen Schläger und ist seinen eigenen. Stefan, Dankeschön, für 5 Euro. Mega nice. Wollt ihr meinen Schläger sehen? Nein, ich darf, ich darf den nicht zeigen auf YouTube. Trotz, dass ich's nicht mehr so oft mache, wie ich den Kanal noch behalten. Oh, die, oh, 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 ich muss doch aufpassen. Einfach nur draufhauen, ist nicht so, ne? Ich hab grad ein paar Schläger bekommen, war nicht so schön. Ja gut, du musst dann dich mit den Karten anderweitig skillen, dass du vielleicht mehr HP kriegst, oder? Ja, aber ich kann, ich wollte gerade schnitzeln, aber ich hab, ich glaub, ich muss mit, weil ich jetzt nicht so ein Charakter bin, der schnitzelmäßig drauf ist, äh, muss ich vielleicht ein bisschen ausweichen, mehr. Guck mal, Natascha, Natascha geil ist auch da, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Neuernahme, Berufsverkehr, oh, der ist schlimm, der Berufsverkehr, zum Glück hab ich keinen, weil ich morgens um sechs anfange, auf Frühschicht. Oh, ich hab mal Namen ausgelöst. Schön. Bam. Ja. Alter, wie er den in den Kopf schlägt. Oh, Alter. Weißt du, der eine sticht im Loch im Kopf, ich zimmere ihm voll eins über und dann wird er so noch von der Seite voll weggekickt. Der, den hat's richtig, der hat einfach einen Scheißtag, nicht nur, dass er sich in Zombie verwandelt hat. Der hatte einen richtig beschissenen Tag. Ich hab noch gesehen, hier steht irgendwie mit Elektrosicherung. Magnetschloss, da musst du das Ding kaputt machen. Kommst du da ran? Da muss man immer draufhärfen, Ja. Oh, ey, der hat Skill auch noch, es gibt sich. Ah, Security-Safe-Schlüssel. Ah. Aber trotzdem kann man hier looten. Wir haben doch gerade einen Security verhauen, hat er keinen dabei? Ich verhau gerade auch einen. Da unten ist Private Parking. Das hört sich gut an. Rein da. Tür von der anderen Seite. Ich hoffe, ich hoffe, das ist, okay. Okay, Wasser ist das. Oh nein, hier sind überall so Wasserräder. die sind dabei hier alle schon viel zu stark, glaube ich. Oh, die geht denn meine Taschenlampe an? Oh, Alter. Okay, die sind stark. Ja, da sollten wir nicht hingehen. Halt die X gedrückt, um dich dem Tod hinzugeben, will ich aber gar nicht. Oh, du liegst da. Oh, verdammt. Das hat doch alles. Das interessiert dir aber nicht, weil die sind. Oh, oh. Ich versuch mal. Ist ein Zombie der Nähe bei dir? Wiederbeleben. Wiederbeleben. Ich hatte gestern, meine Freundin hat mir zu Ostern hier so Südigkeiten geschenkt und so und da waren, Oh, jetzt lieg ich. Hier liegt ne Axt, voll geil. Ja, ich liege auch. Wo, oh, da oben. Hier in nem Haufen. Ich leg sie an Abfahrtscheid. Alter, wie der Kopf. On your feet. Ich renne schon, lebst du ja. Hast du ihn, hast du ihn, okay. Ja, jetzt muss ich rennen, au, au, aua. Boah. Ich hole meinen Rechner. Runter mit euch. Hark ihn. Alter, ein Schlag hat die mir an Nippel, zwicker links gedreht. Yo, I need a hand. Rechtsdrehen vertrage ich, aber linksdrehen nicht. Sollte ich sagen? Achso, ich wollte über den, ähm, ich wollte hier den, 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 äh, ich hab, und da war so ein Osterhase, gell, und dann hab ich den so, wie man das so macht, auf die Ohren geschlagen, ne, weil der ist ja dann so hohl eigentlich und dann zersplittert das so ein bisschen, dann kann man sich die Schokolade looten dann, wenn die so ein bisschen, und ich schlag da drauf und dachte, was ist da los? Ne, liegt hier ein Schraubenzieher auf dem Tisch und dann schlag ich dem mit dem Schraubenzieher auf die Ohren, bis ich dann feststelle, das, ich weiß nicht, das ist ein Produktionsfehler, aber dieser Hase, der war komplett bis zur Hälfte richtig massiv gefüllt. Oh geil. Das war pure Schokolade. Ja, ein riesiger Block Schokolade. Dieser Hase war halb voll mit Schoko, das war richtig geil. Da brennt was, da ist Elektro, was ist hier los? Ja, ich hab hier, das war ein Rätsel hier, da war so ein, oh, eine Axt ist hier drin. Kinder ist hier. Da war ein bisschen Clown noch mal drin. Bei mir war eine Radmutterschlüssel drin, aber ich hab die Axt vorhin woanders gefunden, schon. Apropos, wo ist denn die? Ich will die mal ein bisschen, ein bisschen Axten ist doch geil eigentlich. Hake sein Haar. Ich harte sein Haar und sang ein Lied für ihn. Der wurde richtig schmusig und schmeichelig und er umschmeichelte mein, selbstgezopftes Barthaar. Hier sind schon wieder Treibstoffkanister, Wasserkanister, oh nein. Ich kann mich da Unfug streiben. Das führt immer zu so unkontrollierbaren Situationen. Ja. Halb? Ja. Kannst du mir mal kurz dein Strom leihen? Ja. Zünd mal bitte an. In welchen Strom? Wo? Wo hast du gemacht? Du bist doch der Feuerwehrmann. Du bist doch der Stripper Feuerwehrmann. Stripper Feuer. Also ist er jetzt Feuerwehrmann oder Stripper? Aki ist der Stripper, aber er hat sich als Feuerwehrmann verkleidet. Beides. Die scharfe Gothic-Tussi hat eine Beinprothese, ja. Nein, du bist doch die Gothic-Tussi, oder? Oder wer bist du? Ich bin... Bob, oder wie heißt der? Bird? Bill? Du hast Redlocks. Ja. Okay, ja, ich bin Amy. Also die scharfe Gothic-Tussi ist doch die... Wie ist sie denn noch mal? Die voll tätowierte Feuerwehrmann. Der Moment wird nur dich über einen Schokohasen freust. Ja, der war ja auch von meiner extrem gut aussehenden und hochintelligente Freundin, die grundsätzlich immer die richtige Wahl trifft bei der Auswahl der Geschenke für mich. Hallo, hören Sie bitte auf zu brennen. Ich bin angekesselt, Hilfe. Hier sind alle, hier kesseln alle rum. Oh, ich bekomme denn da eins. Oh ja, also beim Heilen die Explosion ist gut. Die ist gut, ja. Und du und du machen gleich, wenn ich liebe, baby. Mit Magnetschloss. Ich habe das doch kaputt gemacht. Ja, habe ich ja. Ich habe schon kaputt. Nee, ihr habt es kaputt gemacht. Ich habe da reingeworfen, aber man kann nicht rein. Ja, dann kann... Schlagstock. Oh, hier liegt ein Schlagstock rum. Ein Schießpult. Hört auf, mich zu schlagen. Da liegt ein Zombie direkt neben dir. Gar nicht. Doch. Ich habe den nicht gesehen. Ja, bei mir ist es auch ein Schlagstock, ja. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Oh. Oh nein. Ich werde gerade fertig gemacht. Was? Wo denn? Ja, ich bin überrascht hier. Alter, der Golfschläger ist auch ziemlich geil. Okay, ich habe mir den Kopf abgeschlagen. Eiersack. Da war ein Eiersack. Ein Eierloch. Wir brauchen Eier. Hi, Oldtimer-Ausfahrten und mehr. Aua. Kommst du denn her? Hör auf, das ist meine neue Freundin. Ich will sie verhauen. Ne, das war die andere Freundin, die aus dem Wasser kamen. Fand ich besser. Hier hätte ich direkt mit nach Hause genommen. Von der lässt man sich beißen. Tobias, ein wunderschönen Abend. Hier können wir auch wieder eine Sicherung rein oder eine Autobatterie rein. Ich habe hier eine Batterie in der Hand. Ach so, okay. Ich habe die Batterie reingetan. Hans-Peter, Peter, Hans-Peter. Oh nein, ich habe keinen Elektrostab. Wie kann man einen halbgefüllten Hasen essen? Mit Messer abbeißen geht ja gar nicht. Es ist einfach als... Oh, alter. Ein riesiger Block Schockträger. Geh mal. Mach es. Echt ihr das? Ich kenne dich, ne? Ey. Komm hier, Schubbelkett. So. Suche im Hotel nach Überlebenden. Okay. Ich schätze mal, hier draußen werden jetzt unendlich viele Zombies einfach kommen, oder? So wahrscheinlich. Ich glaube, die haben das so gemacht, dass du immer was zu tun hast. Wie ist denn hier Herausforderungen? Was... Kann man... Kriegt man da auch irgendwas, wenn man die abschließt, oder? Ja, die kriegst du automatisch freigestaltet. Da kriegst du 1.000 Dollar oder so. Habe ich gerade auch schon mal geguckt. So, ich habe jetzt mal Köder reingeschmissen, weil Wurfgegenstände kriegst du ja anscheinend unendlich nachgespawnt. Wurfgegenstände, ja. Oder? Deshalb kann ich schon mal... Die Schulkind haben... Ne, wobei diese Fleischköder... Weiß ich gar nicht. Die landen auf. Die landen auf. Also, ich habe hier auch nur einmal gekauft und die... Landen einfach auf. Ich habe ein Brecheiserer rausgenommen und jetzt kommen die raus. Mal, wie viele kommen denn da? Ein paar. Schutzanzug Kalle. Ich habe hier übrigens einen Fleischköder hingeworfen. Wow, wer macht denn hier Elektro? Und was macht ein Zombie am Strand? Auf der faulen Haut liegen. Alter, ich bin explodiert. Come on, I need help. Ich bin explodiert. Wieso? Ich habe hier alles unterstrommen. Da stand gerade. Chucky's a Legend ist übrigens 14 Monate geil. Alter, Feierabendkreis. Geil hast du Samstag geknechtet. Oh Mann. Ich bin übrigens tot. Mary, 25 Monate, Dankeschön. Ich weiß, dass du tot bist, aber... Okay, jetzt geht's aber hier das Niveau nach oben. Yo, I need help. I need help. Okay, ich bin tot gleich. Jetzt, Achtung, jetzt passiert's. Jetzt bin tot. Ja, aber hier sind ganz viele Zombies, verdammt. Die sind alle beim Eingang hier. Macht ja nix. Ich schätze, man verliert doch nix, oder? Weiß ich nicht. Tod, ich habe die Animation noch nie gesehen. Ich wollte es so sehen. Zack, da bin ich doch schon wieder. Ich habe sogar 21 Dollar Bargeld bekommen. Belohnung, geil. Lass uns alle sterben. Alter, da drin ist richtig die Hölle los. Ich habe mal wieder ein Fleischköder geworfen. Ist du jetzt drin gespawnt, oder was? Ne, draußen gleich. Hallo, willkommen to the Halperin Hotel, where we are dedicated to providing you with the ultimate luxury getaway. For room reservation press 1. Batteriemarsch. Meldet das mal so eine Sekunde vorher, nicht genau dann, wenn sie explodiert. Ja, ich. Soll, ich bin jetzt raus und kann ich das rein, weil es so ein Feuer. Hallo, willkommen to the Halperin Hotel. Ich bin grad hier Profi-Golf. Das klingt schon super verdächtig, oder? So, wenn sie verwundet sind. Hier liegt ein Sammel-Item, irgendwas? Hochzeits-Einladung. Ja, von mir wird die nicht sein. Ach, kommen die zu uns. Oh, ich hab im unteren Rücken so Rückenschmerzen, dass die Muskeln, die ich brauche, um groß zu machen, nicht mich traue anzuspannen. Das heißt, ich werde die nächsten drei Tage nicht groß machen gehen. Wollte ich nur mal sagen. Also hier ist Hochzeits-Party, oder was? Wollen wir das Fenster schauen? Ähm, ja, ich hab noch ne Nebenquests, ja, anscheinend. Oh, okay. Äh, grau markiert ist hier, aber... Hm. Gleich hier rein, Attention. Nee, da geht's nicht rein, oder? Nee, also rein technisch würde es hier weitergehen. Seht ihr auch diesen weißen Marker? Nee, seht ihr nicht, ne? Die müssen wir hier. Quest, warte mal, hab ich Nebenquests? Nee, ich hab auch tatsächlich kacke in Nebenquests gerade mehr. Ja. Hier. Oh, ich muss eigentlich das Licht anmachen gleich, aber... Okay. Ach, jetzt können wir da lang. Ah, okay. Du musst einfach an der Tür da interagieren, mit allem... Hoah? Hm, totgeschockt. Hat doch irgendjemand Medikids, weil ich hab keine. Ich hab fünf. Hier liegt eins bei mir. Guck mal, liegt das hier, wo ich bin? Ja, der Loot ist nur für dich. Aber vielleicht liegt der für dich. Ja, hier liegt aber auch eins. Kann man das herstellen? Ja, einfach einmal mit Tart? Äh, ich glaub, du musst es an der Werkbank herstellen. Ja, um Gott zu sagen. Ich geh mal ganz kurz das Licht einschalten. Aber Ralfi liegt trotzdem eins auf dem Sofa. Ja, stimmt. Oh, das könnte aber einen Moment dauern. Das schmerzt. Just do it. Hm. 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 Ich hatte gerade übrigens Kontakt mit jemandem, der hieß Ralf Live. Keine Ahnung. Ja, das ist ein krasser Typ. Ja, also mit ihm hatte ich gerade Kontakt. Der hat mir irgendwie was gesagt, so von wegen, wenn der Lebensbalken beim Stream weg wäre, würde der nochmal was tunaten. Was? Hab ich gehört. Was? Ist der denn weg? Ist der überhaupt an? Ist er? Oh, Franzl, ey. Da haben wir auch schon lange nicht mehr. Wollte nur kurz reinschnuppern, wollte er. Dankeschön, Felix, Lindemann, vielen Dank. Warte mal, die Tür... Die Tür geht nur von der anderen Seite auf, okay. Ja, hier war auf jeden Fall... Aber warum... Ey, guck mal, ganz jetzt mal im Ernst. Los Angeles. Guck dir mal, wie die Sonne scheint. Wozu brauchen die diese Heizpilze und dann auch noch so welche mit so einer offenen Mega-Flamme? Was ist... Der Drecksjob hab ich eingesammelt. Hier liegen über Leichensäcke und es riecht komisch. Ja, es war ne ordentliche Party hier. Aber jetzt, wo ich Licht angemacht hab, kommt auch kalter Wind rein. Guck mal, ne Poolparty. Ja, aber der Hotelpool... Ich würde da nicht reingehen. Nicht empfehlenswert, da reinzuspringen. Wie seid ihr denn jetzt hingekommen, hä? Hab ich was verpasst? Einfach da rechts runter, wo die Leichensäcke sind. Ach, da gibt's ein Weg. Ah, okay. Aber wir müssen da rein in die Suppe, oder? Ne, müssen wir nicht. Da war aber gerade ein Questmarker. Hier. Hi, Silvulator-Opa. Mir geht's wie ein alter Opa. Ah, ich hab Schmerzen auf jeden Fall. Ganz übel. Ih, was ist das? Alter, der Stuhl greift mich an. Der Stuhl greift mich an. Oh, fuck. Aber don't worry, sweetheart. You can still have my first day. Weißt du, hast da so'n Stuhl an dir hängen gehabt. Ja, irgendwie hatte mich gerade so'n Stuhl verfolgt. Ich weiß auch nicht. Äh, was ist das? Aua, 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 aua. Ja, ja, aua. Bringen sie alle um. Ach du, meine Güte. Ist der Arm weggeflogen, ey. Alter, wie sie hier abgehen. Überall Strom hier. Überall Strom ist gekickt. Ja, ich hab's über Dresden gekickt. Wer hat die Küche unter Strom gesetzt? Könnte sein, dass ich das gewesen bin. Was hast du alles erwartet, so? Room 307. Still got a finder. No matter how free. 307. Oh, ich musste letztens wieder ne... Oh, hier ist ne Tür offen. Das ist immer... Kennst das? Weißt du, du kriegst ja... Wir hatten dann so ne Führung gekriegt, weißt du? Von ganz am Anfang. Ne? Und das sind dann auch Leute, bei die Englisch sprechen. Und dann sagen die schon vorher oft so, ja, ich kann nicht so gut Englisch, tut mir leid. Und so. Und dann... Die eine Halle ist halt... Er wollte dann den Leuten erklären, dass in der anderen Halle... Sind... Ne? Er wollte denen die Nummer sagen. Und dann... Ja, die können nur Englisch. Ach so. Ja, dann... Drüben. In... Halle... 309. Das war sein Englisch. Drüben in Halle 309. Guck mal, hier ist ne Bergbank. Du. Boah, ich wette den Golfschläger vielleicht. Aber wir brauchen eigentlich mehr geile Blaupausen. Irgendwie. Ja. Ralf, recyceln mal. Ich habe keine Mod, die auf den Golfschläger geht. Ja, ich auch nicht. Aber ich möchte gerne... Ach so, das muss man im Inventar machen, ne? Äh... Äh... Da hin. Aktiv. So. Nochmal Bergbank. Obwohl der Rechen... Ich habe auch für den Baseballschläger... Hab ich nichts Besonderes, oder? Hm. Was hast du für die... Für die Wolverine-Kling können wir... Elektroschock. Oh ja. Oh ja. Astral, Junge, Pink, Dead. Skid up. 309. Oh. Oh, für die Schaufel. Habt ihr auch die Schaufel gefunden? Ey, Nikita übrigens. Dankeschön für 6 Euro. Ich habe sie, glaube ich, weggetan, weil die zu schwach war. Und McFit haut 19 Monate raus. Vielen, vielen Dank, Leute. Oh ja. Mega nice. Danke für den Support. Ihr seid krass drauf. Und das ist nach so langer Zeit. Und das ist das, was ich versucht habe, Kistroi über die Jahre hinweg zu erklären, wenn er immer durchgedreht ist, weil er krank war und gesagt hat, oh, wenn ich jetzt nichts mache, dann, oh, das ist nicht wie bei dir, Kreis, weil meine Community, dann kommt keiner wieder und dann schaut hinterher niemand zu, wenn ich mal drei Tage Pause mache. Ich kann nicht in den Urlaub fahren. Und ihr seid der lebende Beweis dafür, dass man halt auch einfach mal drei, vier Wochen weg sein kann, ohne dass irgendwas passiert. Und das ist geil. Ja, du musst nur die richtige Community haben. Ja, ja. Ja, ja. Der ist doch so, oder? Ja, ist, ist so. Oder habe ich mal versucht zu sagen? Das meinst du jetzt? Schau mich mal an. Ja, warte, dann habe ich auch. Was macht ihr denn da? Wir haben Elektrofalle. Ich habe nur normale Krallen. Nur grüne Elektrofalle. Die kannst du an der Bergbank machen. Nein. Doch. Nein. Was? Das ging nicht. Ey, hier liegt eine grüne Axt rum. Hab ich die weggeworfen? Bergbank. Kralle. Upgrades. Leer. Schockschaden. Achso, ne, ich habe keinen. Mir fehlen Synthetikfasern. Das ist mein Problem. Das ist abgeschlossen, okay? Dum, 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 dum. Dantelous. Vielen Dankelous an deinen Nuss. Es gibt einen Kuss und einen schönen Gruß. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Mega nice. Danny, the Tank. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier, ich esse erst mal Proteine. You have to shock the muscle. The proteins. Krass, dass ihr noch weiter einfach voll mit Medikids seid, ne? Ich bin immer voll mit Medikids. Habt ihr auch? Ja, ich hab null. Ja, ich hab fünf. Ja, ich hab fünf. Ich hab fünf auch. Hätt ich mich da herstellen sollen. Ja. Ja. Ich fände jetzt aber nicht zurück. Dann müssen wir mich ja wieder aufheben. Ja, gut. Wir müssen jetzt nach... Wir heben nicht so ne Dame auch. Ja, von der Seite. 307 müssen wir, oder? Ich war hier, von der Seite, ja. Ich hab nur ne Abkürzung freigeschaltet. Stark Souls hier. Hä? Aber warum ist der Questmarker da unten? Was? Wow. Du siehst aus wie ein Ball in Weiß. Okay. Lippi-Pang-Strumpf. Was geht ab? Was geht bei dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dankeschön. Oh. Wow. Das war ein Grenadier. Ja, hab ich gesehen. Das war so explodiert. Guck mal da, da frisst einer was. Alter, hier ist alles nass. Leute. Meck und deinem Elektroscheiß. Ich hab Meck-Vorschläger, also von daher. Jetzt ist er unser Strom. Hier liegt was rum. Oh, immer dieser Dropkick. Ja, ich finde, wir sollten weniger Dropkicken. Ich kann nämlich sonst niemanden verprügeln. So, was gibt's denn hier? Oha. Finally, Stairs. Now to find room 307. Den Motor können wir da ausschalten, oder? Ja. Aha. Oh, hier gibt's viel Zeug zum Looten für Upgrades. Uh, Krall. Pulled Pork Krallen, ja. Aber wir wollen nicht das Chicken ausschließen. Pulled Chicken ist auch geil. Weißt du, was ich mir nach dem Stream noch machen werde? Nee. Ich werde ein Kräuterbutterbaguette nehmen, werde dies mit Salami in die Ritzen, werde ich Salami stopfen, in jede Ritze eine Scheibe. Oh. Und dann werde ich da Käse drauflegen. Oh. Und dann werde ich das backen. Und ich dachte, du machst jetzt einen Ofenkäse mit Baguette. Das ist auch geil, aber... Nee, heute wird's... Alter, wie sie hier Hackschnetzeln, ey. Die Beef Bros. Bruder Beef heißt der jetzt dann bald. Ja, Bruder Beef. Hm. Egal. Ich mag dieses Farbdesign und so in dem Spiel irgendwie. Es gefällt mir. Es ist nicht so dunkel, ne? Ich werde auch den Taschenlampen anmachen. Ja, hab ich die ganze Zeit schon, aber es ist wirklich einfach mal ein bisschen fröhlicher, ne? Also es ist nicht so dunkel, süßer, ne? Einfach du... Ja. Ich gehe durch und fröhlicher. Ja, aber auch so dieser leichte Hauch von übergebliebener 70er, 80er Farblook teilweise, so wie jetzt auch dieses Pink und so, ne? In diesem... Dieser... Oh, 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 Baustil, dieser... Oh. Hör mal, ey, mal dieser Droprick, ne? Ich lade grad auf für einen harten Schlag und dann... Droprick. Ich hab euch grad vor einem Granadier gerettet. Ja, sagt er jetzt. Ist das auch wieder ein Granadier? Nee, nur der neben dran, wo ich hier so, ähm, ja. Hier einfach keine liegen. Tomate auf Baghetto, Mozzarella und Käse drauf. Oh, klingt auch gut, klingt auch gut, Kevin, wenn man ein Tomatenfan ist. Habe den Versand von 560 Euro bezahlt. Das Video hab ich zu spät gesehen. Was für ein Versand, alter. Ey, Leute, mal ganz im Ernst, wirklich. Ihr könnt doch nicht glauben, dass irgendwelche Telegram-Menschen im Internet euch irgendwas Gutes wollen. Es tut mir wirklich leid. Mich haben auch schon Leute auf Insta angeschrieben, ob ich das bin. Selbst wenn ich das wäre und von irgendwem Geld verlangen würde, so... Alleine das ist schon... Ne? Fallt im Internet auch, weißt du, diese reifen Hausfrauen, die auch Sex wollen von nebenan, die existieren nicht. Ja, Joel, das ist, das tut mir, wenn es stimmt, tut mir das super leid. Aber dann sieh's als Lehrgeld an und mach sowas einfach nie wieder. Guck mal, hier leuchtet was blau bei mir, was ist das? Geht's überhaupt. Chemiebombe! Der ist schon weitergelaufen, okay. Ne, der ist ja unten drunter durch. Oh, Wurfgeschosse. Yo. Wie kann ich die... Ah, im Metall, okay, kannst du austauschen. Ich... Äh, wie geht das? Rucksack? Metall öffnen. Rucksack und dann Wurfgeschosse. Alter! Au, 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 au. Ich bin so ein Arsch, ich bin so... Ach, Quatsch, Alter, Joel. Man fällt... Manchmal passiert das im Leben, dann wird man gescammt. Und ich habe auch schon Sachen auf Insta bestellt oder so, die bis heute nicht angekommen sind. Und man muss daraus lernen, weil das Geld siehst du nie wieder. Ja, diese Granate, die wir da haben, die löscht Feuer anscheinend. Ist der tot? Ja. Die schmeißt man die nochmal so, gell? Mit Co. Ja, du spielst ja nicht. Ja. Habt ihr auch die ganze Zeit diesen Effekt, dass ihr doch zombifiziert seid? Ja, ja, ja. Okay, das wird wahrscheinlich dann gleich eine Fähigkeit sein, die wir nachher kriegen. Ja. Aber das ist das, was ich meine. So, ne, es ist leider wirklich so, dass... Ne, wenn du unter allen Channels auf YouTube einfach solche Bots hast, die über das Vollspam und es fallen von, weiß ich nicht, von 2 Millionen potenziellen Menschen, die das sehen, fallen nur 1.000 darauf rein und die zahlen dir, wenn die 1.000 Personen 500 Dollar überweisen, wegen was auch immer, äh, ne, hast du 500.000 verdient. Verdient. Einfach so. Auf irgendeinem Offshore-Konto oder sonst wo. Das ist wie dieser Microsoft Support, dieser Scam. Wovor ich übrigens schon mal einen alten Mann gerettet habe. Das war nach Weihnachten. Also ich hatte jetzt, vor einer Woche oder so, hatte ich jetzt glaube ich, äh, da wurde mir geschrieben, ich habe keine Kinder, ja, da kam eine SMS, hallo Papa, hier, äh, meine SIM-Karte nicht mehr, bitte schreibe doch mal über WhatsApp hier, irgendwie, keine Ahnung, also, es ist einfach gerade extrem wieder. Naja, das Ding ist halt, wie gesagt, da fallen Leute drauf rein, leider, ne? Ja. Und dann auch dieser Microsoft Support und dann, wie gesagt, da war dieser alte Herr, der dann für irgendwie 400 Euro oder so Amazon Karten bei Reva an der Kasse gekauft hat. Mhm. Und dann habe ich ganz frech gefragt, ob ich mal fragen darf, äh, ob das zufällig für jemanden ist, der am Telefon behauptet, er würde seinen Computer reparieren. Und da hat er mich nämlich doof angeschaut und die Kassiererin hat mich doof angeschaut, habe ich gesagt, wenn die Frau so nett ist, tauschen sie die Dinger noch um, wenn die nicht aktiviert sind und das geht. Ich sag, der wird nichts machen, ihr Computer wird danach, rufen sie einfach jemanden hier in der Nähe an. Ja. Der ihren Computer wieder freischaltet, der macht das für einen Fuffi, der kommt vorbeigefahren und macht ihr das. Ja. Weil die haben den jetzt unter Kontrolle und die werden dir dein ganzes Geld und dein Konto leer räumen, wenn du den, ne? So, weil die dann auf dem Computer hinterher gucken, wie du deine Daten eingibst und dann scammen die dich richtig kaputt. Und das ist, normalerweise müsste da jeder Kassierer in Deutschland mittlerweile drauf hinweisen. Das, ne? Ich meine, das ist ja kein großer Kurs. Stellst dich da hin, sagst deinen Mitarbeitern bei Rewe, du informiert mal die Leute, wenn einer große Mengen von Google Play Cards oder Amazon Karten holt, dann informiert die bitte, dass sie aufpassen sollen, weil Leute damit hart gescammt werden über angeblichen indischen Microsoft Support. So schwer ist das nicht, ne? Oh. Äh. Wie kann man das Wasser hier wohl abschalten? Oder? Mit Rohr treffen? Oh, ich hab hier die Kabel zusammengesteckt. Hängt das damit zusammen? Ne. Okay, der Boden ist Lava. Hier gibt's noch bestimmt einen Wasserschalter oder so, oder das Wasserhebel. Boah, hier ist ein dicker Vorschlag, Hammer. Ich hab ne Blaupause gefunden hier bei mir. Oh, wo, wo, wo. Und ne Werkfang, das war tatsächlich. Wo denn, wo bist du? Äh, ein Raum weiter, ja. Ja, genau. Ah, das ist ein Lagerspinnt, hm. Da kann man Waffen, die man... Oha. Oh, hier liegt auch ein Haufen Schrott rum. Oh. Lagerspinnt, ja. Ja, sag mal ein Lager. Ja, ich will Gott sagen. Ich bin ein Nigerianischer Präz. Ja. Ja, aber... Und eine einsame Hausfrau von nebenan. Was willst du denn momentan einlagern, ist die Frage, weil... Eigentlich wird auch zu früh im Spiel, oder? Dass du da besonders was einlagern kannst. Du kannst deine Waffen, ja. Äh, anpassen wieder auf dich. Ja, nur auf dich, oder was? Ach so. Stufensteigern. Bin ich zu schwachsinn. Wie, wann geht das denn? Wie, wann? Bei manchen Waffen steht dran, äh, hier Stufenanpassung. Ja. Ja. Mhm. Für Stufe 6 stärker. Ja, jo. Tatsächlich, ja. Stufe anpassen. Dann werden die auch stärker. Oh, tatsächlich. Hat er recht. Das kostet Geld. Okay. Na gut. Ja. Ja. Hm. Okay, dann... Boah, ich will den... Wo ist mein Schlagstock? Dann hab ich jetzt grad verändert. Dann hab ich jetzt grad verändert. Ja, guck mal, wir haben ja jetzt gerade wieder ein bisschen am Craften, ne. Ich müsste mal ganz kurz aufs Toilette, ey. Ja, dann mach das mal. Ja. Dankeschön. Wir tun dir halt immer so leid. Ah, jetzt will ich mehr Blut sehen. Ja. 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 Ja, genau, dieser BKA Trojaner, genau. Das war so ein ganz berühmtes Ding. Und der ist da direkt drauf reingefallen. Und der ist an sich auch kein dummer Mensch oder so, ne. Und der ist ein lieber Kerl und ist super hilfsbereit und tut wirklich viel. Und ist seit 100 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr und hat jetzt auch keinen schlechten Schulabschluss oder so. Aber es war einfach der Moment, die Sekunde und zack. Falsche Zeit, falscher Ort und schwupp. Im Nachhinein hat er auch gesagt, ja, ich verstehe auch nicht, warum ich das gemacht habe, so, ne. Aber es ist, ne. Und die meisten, das kommt ja, das meiste kommt aus Indien. Und du hast dann oft in diesen indischen Lokalblättern und so, sind dann so Fake-Bilder, wie die dann angeblich bestraft werden und so. Und im Nachhinein stecken die alle unter einer Decke, so, ne. Ja, McFit, es ist auch wirklich besser, wenn du jemanden in der Family hast, so, dass du den Leuten Bescheid sagst, wenn die sowas kriegen, dass sie erst fragen sollen, weil die wirklich ausgeklügelt sind. Also, so, äh, gerade so diese Paypal-Dinger und so, ne, die sind teilweise so dermaßen realistisch. Äh, und, ja. Am Telefon macht meine Mutter gar nichts, ne. So Telefon, da ist meine Mutter oder meine Eltern generell so dieses, ne, das sind alles Betrüger und so. Telefon kannst du dir, Klinkenputzer. Äh, aber so gerade im Internet, so Leute wie mein Vater, wenn ich mir dann vorstelle, so, mein Vater hat ja dann damals eine große Abfindung gekriegt, weil er halt ein paar Jahre früher in Rente geschickt wurde und so. Und, und der hat die ganze Rente und so, wenn ich mir da jetzt vorstelle, dass da jemand mit so einer Masche ihm hinterher das Konto leer räumt, ich mein, stell dir das einfach mal vor, ne. So, äh, wie das dein ganzes Leben ruinieren kann. Und irgendwo in Indien sitzt einer an irgendeinem Computer und lacht sich einen ins Fäustchen und freut sich, dass er dich abgezockt hat, so, ne, und das ist richtig übel. Das ist richtig ekelhaft. Das ist überhaupt keine, also es gibt nicht mal irgendwelche Gesetzesanstalten, die sowas ansatzweise verhindern wollen würden. Und das sind viele, viele, viele Millionen, ne, viele, viele, viele Millionen, die da jährlich übern Tisch gehend so. Ja, klar fühlt man sich da schlecht. Ich hab mich sogar schlecht gefühlt, als mir mein Elektroroller geklaut wurde. In irgendeiner Art und Weise hab ich mich dafür schuldig gefühlt. So nach dem Motto, warum hab ich den nicht woanders hingestellt oder so. Also ich hab mich schlecht gefühlt, weil halt irgend so ein Verbrecher sich gedacht hat, oh geil, Alter, damit mach ich jetzt Cashew. Hat er aber nicht. Den Penner haben sie nämlich erwischt. Aha. Wieder da. Hallo. So, da geht's weiter, oder? Jo. So, ich hatte irgendwie hier die Tür aufgemacht. Ich weiß nicht, was das... Äh, hm. Geht das eingebrochen? Ja, da kommen wir nicht hoch. Also erstmal runter. Da war runter kommen wir. Ja, ich gehe immer gerne abseits der Wege, ne? Also... Ja, aber da ging nix. Ja, da war ich nicht hier weg. Deswegen, ich nehm mal die Sachen hier aus dem Lagerraum mit. Ob du sie das Majors, okay. Ja, das... Das ist bestimmt nachher der... Der Baos wahrscheinlich. Ne, aber wir kommen, wir müssen irgendwie hoch, gell? Ja. Wahrscheinlich mit dem anderen Aufzug. Geh nochmal durch den Safe-Room. Yes. All clear. Nachricht für den Techniker. Ignorieren wir einfach. Ah, hier, beim Fahrschritt kann man weinen. Aber ist da unten noch was? Ne. Ja, da waren noch ein paar Koffer drin. Ja, doch. Koffer mit Loot, ja. Ja. War gut für Verwässerung in so'n Koffer. Ja. Die... Oh. Da liegt auch noch Sachen rum. Na na na. Da, ja, da guck. Wir sind fleißige Bienchen. Wir sammeln alles. Wir sammeln den Nektar. Oder die Schrottteile, je nachdem. Findet... Findet Zimmer 307. War das nicht auch bei Call of Duty DMZ ne Aufgabe? Ne, 400. Oh, klick, 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 klick. Oh, ja, ja. Okay. Alter, wie jetzt das? Der rennt seinen Fetzen hinterher. Oua. Quaid did this. Das ist... Evidently not some giant monster. Sieht ein bisschen aus wie der Raum von Portal am Anfang hier. Ja, irgendwie wohl, ne? Die Planks? Just wait a little longer, guys. I'll be out of this city and on the road to Vegas soon. Ich trete auch schon vor. Warte mal, kann man kaputt schlagen? Ne. Kann man noch reinklettern? Ach, ne. Ne? Ah. Okay. Wer lauert denn da? Das sind wahrscheinlich die Tusty 307. Mal. Vor allem, hier liegt überall Bargeld und so. Aber wir waren ja noch nicht mal beim Händler irgendwie. Ja gut, Bargeld brauchst du ja auch für die Verbesserungen hin. Genau. Was seid ihr? Ähm. Im Bad. Achso. Da oben. Okay, dann seid... Hallo. Was, 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 was. Ah, da. Wir sind oben im Schacht. Eingedrungen. Hm. Das Blut, da bin ich hin. Oder wollen wir da hin? Nee, da geht die Christian. Ich will jetzt in eine andere Richtung. Okay. Aber jetzt auch Blut. Ah, ich liege doch was. Schlüssel für Nummer 49. Ich glaub, die wird dann getötet. Na ja, da geht's auf jeden Fall gut zur Sache. So. There's no tune back now anyway. I better check on her. Mein Gott. Wenn ich mir die Zunge mal genau angucke, die wir da zermetzelt haben, wie die, also, diese Engine da, ne, was die sie gemacht haben. Alter, wie laut ist das hier drin, ne? Ja, irgendwie schalt so komisch, ne? Ja. Weshalb also weChat combinations haben die Krebs� mit ihren耳wentgelen. Oh schlug unser Hausheram und unsere Kräuter. operator. Und warum isch das sie am herossen haben? Die parteier! Vorsicht! Woah! Oh die Explodieren! Oh die Explodieren! Vorsicht! Wo ist mein Knüppel? Ich finde mein Knüppel nicht. Ich finde den manchmal auch nicht. Also wenn ich hier und du stehe, finde ich den auch mal dran. Ja, mein Bauch hängt halt einfach mal da drüber. Säure, ich habe einen Säurecontainer gefunden. Okay. Also Säurekanister. Oha. Säurekont... Oh. Ja, Säurekanister. Ja, ja, okay. Ich mach mal hier die Tür auf. Die lebt doch noch, oder? Treten. Warum hat hier so viel Bargeld da liegen? Alter. Ja. Oh, hier ist ein Stück Seife. Uh, es ist mir runtergefallen. Oh nein, du hast mich runtergefallen lassen. Aha. Och nee. Oh. Wie soll ich jetzt wegkommen? Üpf. So, okay. Mir ist der Container runtergefallen. Bist du mir wieder da hoch? Aber, Ralf, die Säure geht weg. Nö, die bleibt noch ziemlich lange da liegen, ne? Nö, ne, guck, die ist schon zur Hälfte weg. Na, zur Hälfte. Also, ich, ich komm noch aus der Generation, die Alienfilme kennt, ne? Also, eigentlich bist du jetzt stundenlang bis nach unten runter säuren. Ja, Zelda, das ist halt deine Meinung, weil du so super schlau bist und darüber aufgeklärt bist. Aber es leben nur mal ein paar Milliarden Menschen auf der Welt und nicht jeder kann dein hohes und ungeklügeltes Ausmaß an Intelligenz besitzen und die Weisheit immer mit Löffeln gefressen haben. Und wie gesagt, ich kenne auch Leute, die im Allgemeinen nicht dumm sind und schon auf solche Maschen reingefallen sind, weil sie einfach sehr ausgeklügelt und schlau gemacht sind teilweise. Und dann kriegst du halt mal eine Nachricht irgendwie, dass dein Paypal-Konto plötzlich oder dein Amazon-Konto gesperrt ist. Und dann kriegst du in der ersten Paniksekunde hast du dann, schreibst du dann und gibst da dein Passwort ein und so und fragst dich dann, warum es nicht geht. Und in der Sekunde haben sie dich schon erwischt. Und da kannst du noch so schlau und aufgeklärt sein, das passiert jedem. Das geht wirklich schnell, ja. Das kann jedem passieren und das geht, wie gesagt, das hat nichts mit Dummheit im Allgemeinen zu tun. Das geht so schnell. Also mein Vater hat zum Beispiel auch, der ist ein super schlauer Typ, ne. Also der war auch selbstständig alles, ne. Aber der ist auch auf so eine Kacke schon mal reingefallen, weil das hat genau in dem richtigen Moment gepasst. Ja, oder auch im Real Life. Im Real Life, du gehst irgendwo hin, du sagst, ach komm, ich fahr jetzt mal und bin irgendwie zwei Tage in Budapest, ich fahr schön mit dem Nachtzug. Und dann fragt dich einer nach dem Weg und in der zweiten Sekunde ist deine Bauchtasche weg. Und du hast vorher noch gedacht, ach, ich bin so schlau und hab mir eine geile Bauchtasche geholt, nichts kann mir passieren. Ich bin unantastbar, Taschendieber haben bei mir keine Chance und zack, ist deine Kohle weg. Ja. Da kannst du noch so informiert sein und noch so klug sein und da kann, das ist, es erwischt dich genau dann, wenn du nicht damit rechnest. Das ist immer so. Das ist wie dieses versteckte Kamera-Ding. Wenn dann Leute sagen, ne, die gucken versteckte Kamera und denken, ach, das wäre mir direkt aufgefallen, den erkenne ich doch sowieso. Nein. In dem Moment wirst du es nicht merken und dann hältst du dich hinterher für dumm. Na ja, es geht hochzuck. Na ja, aber das ist hier, ne, das ist halt so dieses Ding, das, das kann dich immer erwischen. Äh, wirklich, da kann sich kaum jemand, äh, Upgrades, ich würde das gerne mal Stufen anpassen. Ach, das ist der Webbank, ja, so, ich hab grad gegen Zobi. Okay. Oh, tatsächlich, das ist eine Webbank. Ähm, äh. Hm, reparieren, sieht man die Reparier, ah, es kostet Geld, Rezor, reparieren, okay. Okay. Binde den Schlüssel. Ja, Zelda, aber wie gesagt, das ist, du kannst das selbst, wenn du es manchen Rentnern erklärst, äh, erklärst es, ich könnte es meiner Mutter vorher dreimal sagen. Pass auf, und trotzdem, und dann, gerade, irgendwann kriegt sie dann doch nochmal ein Smartphone, weil sie denkt, ah, jetzt ist es bald vorbei, ich hab vielleicht noch zehn gute Jahre, ich telefonier aber so gern mit meiner Nichte. Und dann hat sie das Ding, und auf einmal ist da irgendwas gut, ne, und zack, wo, auf einmal bist du drin. Und dann, so Enkeltrick, würde sie jetzt noch nicht drauf reinfallen, aber du weißt das in zehn Jahren nicht, manchmal, ne, du degenerierst ja auch mit dem Alter ein bisschen. Ja, aber das heißt, Rentner im Internet, schwierig, mein Vater, mein Vater, der ist sowieso misstrauisch gegenüber allem, also selbst, wenn die echte Polizei vor der Tür steht, müssen die dem erstmal erklären, dass sie es sind, und das wird schwierig, sag ich euch jetzt schon. Ja, aber das ist richtig, tatsächlich, eigentlich ist das richtig. Ja, ja, ne, aber das ist einfach die Grundeinstellung von meinem Vater, ne, es gibt aber Leute, die sind halt gutgläubig. Nett und freundlich, und die denken dann, oh nein. Und das war ich ja auch jahrelang. Das war, also. Die denken dann, mein, mein Enkelkind hat Probleme. Genau. Papa, meine SIM-Karte funktioniert nicht. Ja. Und schwupp, haben sie dann ja wieder gemacht. Boah, ne Spitzhacke. Cool. Spitzhacke? Die hatte ne Spitzhacke in der Tasche. Die ist bei mir grad gedroppt. Sicher, dass, ist sicher, dass er in der Tasche hatte? Ich hoffe doch. Mhm. Die hing mich in deinem Körper. Hey, waren wir doch schon. Manchmal, glaube ich, viele Abzocker investieren mehr Zeit, als wenn sie arbeiten würden. Natürlich, weil sie damit mehr verdienen. Ja, und dann ist es genauso möglich. Ja, ist das ja. Mein Vater kommt aus dieser Vertrauen niemandem. Ne, also selbst, wenn's echt ist. Ne, der kann beim Metzger, in der Metzgerei stehen und sagt, ich weiß nicht genau, ob sie wirklich Metzger sind. So, ne, das kann ja jeder behaupten. Ne, wir beweisen sie mir das erst mal. Ja, was sind sie hauptberuflich? Sie Schweinen. Ich schalte das Funkgerät ein. Hm. Alle versammeln. Ich hab Wasser. Schlechte Einheit bereit, was? Schlechte Einheit, versammelt euch. Schlechte Einheit, versammelt euch. Schlechte Einheit, versammelt euch. Ich höre, ich bin Dr. Reed. Hörst du meine Message? Woher seid ihr? Ich bin im Helpern Hotel. Ich versuche, die Autoritäten zu kontaktieren. Okay, ihr seht aber, als die Storyfestität ist mit eurem Charakter, ne? Ja. Ja. Okay. Das ist, wo Dinge interessant werden, Doc. Name ist Bruno. Ich wurde letzte Nacht gebetet, aber keine Wörter, ich habe es besser. Oh, Impfprogramm. Oh, ich bin verliebt. Oh nein, der schöne Kuchen. Jetzt hasse ich sie. Becky, die Braut. Ey, Becky, Alter. Die Musik. Ich habe keine Musik. Streamer-Modus. Ja, okay. Au, Becky, oh. Seid ihr noch da? Okay. Ja, ja. Warum haut Becky die Braut eigentlich mich? Ich muss mal kurz, ich, ich muss mich mal, oh, da kommt, da kommen andere Zombies. Ich habe sie getreten, das hat sie nicht gefunden. Ich muss mich mal kurz erholen, also mein Auto ist ziemlich im Arsch. Verwundbar, Becky, kniet vor mir am Boden. Ich dachte, der Männer macht den Hochdassertrag. Ach, Becky ist schon, schon hübsch. Oh, ich bin zweimal ausgewichen, dann kam noch mal da und um die Attacke. Ich kümmere mich mal um die Zombies, die sind gerade die ganze Zeit gekommen, ne? Ach so, ich wollte gerade sagen. Oh, der hat mich getreten. Wunderschöne Musik. Au, richtiger Boden. Oha. Kann ich mal mal Becky zur Seite rufen? Dr. Reed? Was? Kenne ich ihn von Scrubs? Ich habe eine neue Sprungtrittkarte. Äh, Fähigkeiten. Oh. Also ich kann euch stärken und die Gegner schwächen. Come on! Aber warum sind manche Karten so, ach so, die sind doch nicht aufgedeckt, deswegen. Hm? Genau. Ich warte hier. Ist das ein gut geteiltes Block oder was? Nein. Profisch, das war nicht so eh. Dafür Konterangriffe auf Zombies für eine zusätzliche Gesundheit auch. Oh. Keine Ahnung. Ist das gut? Habe ich Konterangriffe? No. Konterangriffe sind dann, wenn du perfekt ausgewichen bist. Oder perfekt blocks. Oh, das ist der Dropkick jetzt. Mit beiden. Ja. Das eine ist der Sprungtritt und das andere ist der Dropkick. jetzt habe ich einen Dropkick Ziele auf die Knie, Rutschangriffe erhalten einen großen Schadensboost Rutschangriff gibt es auch, das wurde jetzt nicht erklärt, oder? Nicht, dass ich wüsste Miss und Misses Oh, guck mal, da oben gibt es Medikip Moinsen, Wölfchen, einen wunderschönen Abend Missipus ist auch daheim, wie geht es euch, Leute? Ich hoffe, ihr seid alle fresh Ihr habt alle Fingergeruch Fingergeruch ist oft wichtig Oh, wir sind jetzt hier fertig im Hotel Drücke vorwärts und V Oha Ich habe hier eine neue Fähigkeit Ja Ja, ich kann doch sowas Ja, Zelda, uninformiert ist halt auch so ein Ding Weil du kannst dich nicht über alles im Leben informieren Du hast doch mal, genauso wie so ein Autobumser Stehst an irgendeiner Rechts-Volinkskreuzung Und kommst da gerade an Und jemand steht rechts, aber winkt dich kurz vor Und dann denkst du dir, okay, dann fahre ich halt Er sagt dir, ich kann fahren Und dann zack, fährt er nach vorne Auto gebummst und sagt, ja Ja Versicherung hinterher, kannst du sagen, was du willst Die, das Unfallaufnahme Du hast ihm die Vorfahrt geklaut Und auch selbst wenn du es weißt, in der Sekunde denkst du nicht dran Und zack, bist du gescammt Und das geht so schnell Das hat manchmal nicht mal was mit Informationen zu tun Du weißt sogar, dass die Informationen Ich hatte, meine Ex hatte damals Glück, dass ich im selben Zimmer saß Weil sie auch von Amazon so eine Mail gekriegt hat Von wegen ihr Konto, äh, ungewöhnliche Einkäufe Bitte loggen sie sich ein Dann hab ich gesagt, ruf bei Amazon an Such bei Google die Amazon-Service-Hotline-Nummer Ruf da an und frag, ob das stimmt Dann hat sie da angerufen und hab ich gesagt, ne, mit ihrem Konto ist alles in Ordnung Und schwupp Oder so Kickstarter-Dinger, die nie was werden Wie viele Menschen da ständig auf so ein Zeug reinfallen Das geht so schnell, du willst nur nett sein Oder du siehst auf einmal von deinem Lieblings-YouTuber eine Spendenaktion Und dann denkst du in der Sekunde, denkst du, ach cool, dann drück ich dem mal ein Hunderter raus Und zwei Tage später sagt dir der YouTuber in einem Video, in einem Infovideo Ah, sorry Leute, da ist irgendwas schiefgegangen Irgendwer nimmt meinen Namen, um euch Geld abzuzwacken Und selbst dann, wenn das Video draußen ist, hat es auch noch nicht jeder gesehen Und trotzdem, und dann fallen die Leute drauf ran, es geht so schnell Das kann dir bei allem, in jeder Lebenssituation passieren, ne Das ist, wie gesagt, klar, im Internet, man sollte sich schon informieren Man soll natürlich vorsichtig sein, aber so ist halt nicht jeder Mensch Das ist nun mal so Und selbst informierte Menschen fallen auf Dinge rein So ist das Leben manchmal Deswegen muss man irgendwann im Leben manchmal Lehrgeld zahlen Und dann weiß man beim nächsten Mal weiß man es besser Aber Dropkick hab ich immer noch nicht, glaub ich, ne Oh, ne Pach sie, hey Okay, eh, wer natürlich in der Luft kann findest Und einen mächtigen Sprung Nein, heißt Sprung Okay, beim Bows ist es ein Sprungtritt Ja, okay Und das Auge raushängt, hast du es gesehen? Der hatte voll das Bimmelauge Ja, ja Die hängen da so richtig raus Die nerven noch Bam, bam Ey, lasst meine Frau in Ruhe Alf liegt irgendwo am Boden Ja, die haben mich gewischt Ich kipp die mal kurz weg Wie er dahinter hängt Irgendwann gibt es wirklich einen Negere ganzen Prinz Es gab doch mal auch so'n Typen, der dann wirklich so Mails verschickt hat Und gesagt hat, wenn mir einer zurückschreibt, schick ich ihm die Kohle Und da waren dann gar... Boah Alter, wie es ihm das Gesicht zerlegt hat Das war ja geil Ich komm halt nie dazu, irgendwelche Special Attacks zu machen, weil dann schon immer gedroppt wird Ja, ich versuche auch die ganze Zeit mit der V-Attacke da was zu machen Äh... Wir haben ja was mit V-Jetzt gerade frei oder bei dir... Ja, schreit es jetzt bei mir Und bei mir ist es irgendwie so eine... Mit der V-Jetzt in die Fresse hauen Ja, nehmt mal den da, der wir hier haben so'n Wagen klebt Hmm... Dem sei Kiefer... Das Auge hängt raus, der Kiefer ist gebrochen Okay... Oh, Wasserkanister Da kann man nicht hoch, schade Kehre nach Bel-Air zurück, okay Warum läufst du eigentlich nur gedruckt? Ich? Nö Ich? Nö, ich schlau die ganze Zeit mal Nö, gerade warst du gehockt bei mir die ganze Zeit Okay Der ölt hier, der ist voll ölig Ja, hier irgendwas stimmt mit ihm nicht Ups Ups Hm... Der hat doch wohl sein Kopf verloren Gibt's Schnellreise eigentlich? Das weiß ich nicht Nimmst nicht, aber nur noch 160 Meter, oder? Wobei ich doch bei dem Spiel brauche ich keine Schnellreise, ich möchte keine Zombies schnell sind Boah, da hinten ist ein riesiger Hm? Wo? Da hinten ist ein ziemlich großer Zombie Ich bin gerade am Recyckeln, sorry So, jetzt bin ich wieder da Uuuuuh Das ist eine Gedärme Okay, ich hab hier mein Golf-Checker in die Passe geworfen, ich hab halt ihn nicht interessiert Der Drill Sergeant, alter, der ist heftig drauf Oh ja, oh ja, oh ja, ja ja Hilfe Boah, der hält nicht aus Er sieht aus hier wie Colonel... Colonel Guile von... Achtung Boah Das ist John Cena Ja, John Cena Hier im Rücken, alter, im Rücken hat er kritische Hits Am Rücken ist er durchgehend Krit eigentlich Die alte Hüfte, die musst du bearbeiten Ach, kann man das mit Spring auch ausweichen? Ja Wieso auch geht das noch anders? Na, man hat ja die Ausweichtaste, also Piers würde ich Sehr viel kann er nur blocken Urschlüsse für die Militärvorräte Sind die da hinten wahrscheinlich Ah, hier am Auto gab's welche irgendwo, ne? Hm Na Und da hinten an dem Militärwagen, sollen wir da mal hingehen? Hat jeder einen dann bekommen, oder? Ja Geh ich mal von aus Nein, mal der Dropkick ey Militärvorräte, was ist denn da drin? Uah Uah Das ist... Militärmesser der Wachsamkeit Militärmesser der Wachsamkeit Der untere Rücken wird im Gym oft vernachlässigt Ich hab mir die Militärmesser in der Hand jetzt Okay Ich frag mal kurz für einen Freund, wie sieht denn der Lebensbalken von dem Ralf Leifer aus eigentlich? Ich weiß nicht genau, wie kann man den denn anzeigen lassen? Aber warte mal... Immer wenn was donated wird glaube ich Oder wenn jemand ein Monatsabo Hatte Okay Bitte sehr Genau, jetzt müsste das eigentlich kommen Das finde ich so geil hier das... Ja Dieser Ladebildschirm Die Skyrim-Anspielungen Warte, wir warten mal kurz auf Zenfis Ding Das dauert einen Moment, oder? Kann man grad sagen, dauert das noch oder ist das mittlerweile auch fehlerhaft? Ich bin zweitzeitig du und ich Und du und du Machen gleichzeitig Liebe, baby Aber es kam kein Lebensbalken Nee Also vorhin Vorhin, als ich donated hatte, kam da ein Lebensbalken Und Mathe, die Geld gespendet haben, war auch ein Lebensbalken und recht Hm CK hat 2 Dollar donated... Uppala warte mal Ich mach mal kurz hier Ich weiß nicht, wie man das durch das anzeigen lassen kann Wenn ich jetzt hier draufgehe und den Cash aktualisiere Ja Oh, das Militärmesser der Wachsamkeit ist sogar blau Ja Apropos, ich muss mal eben kurz gucken, ob ich hier Ich muss ja jetzt schon hart hier die Sachen recyceln Ich habe sogar eine Waffe, für die habe ich keine... die Stufe noch nicht Du bist? Ich bin auch am Recyceln hier Da ich nur noch grünes Zeug habe Ich schmeiß das hier unten alles raus Ja, ich guck jetzt einfach, was Schaden macht Und dann nimm ich das Inventar 101 Okay Das Batschermesser habe ich zum Beispiel gar nicht Was? Ja, das Schlachtermesser, da habe ich gar nicht Ich habe noch ein Bowie Messer und ein Schlachter Mal austauschen Recyceln 133 Tausche ich mal damit aus Hm Okay, das gefällt mir ganz gut Jetzt Ah cool, es wird auch wenn wir Tag und Nacht wechsel geben Ah, ist das schon mal schön Sind die Zombies nachts aggressiver? Weiß ich nicht, also wenn wir jetzt äh Diagon Light spielen würden wahrscheinlich Neue Nebenquests Neue Nebenquests Oh shit Würde ich jetzt auch aktivieren, oder? Ja, klar, Nebenquests sind immer gut Ja, Explosionen auf dem Dach des Ziegenstalls Nichts wie hin, äh Okay Ist das jetzt irgendwie markiert? Ich habe es aktiv, aber Wir müssen jetzt den Weg suchen Ne, aber hä, warum denn Ziegenstall? Waren wir nicht vorhin am Ziegenstall? Ja Achso, dann müssen wir, hä? Waren wir hier schon mal? Ja, das ist unser Hauptgebäude Also hier ist you have no Nein Ne Das ist der Ziegenstall jetzt nicht Das ist doch jetzt jeder Ziegenstall, oder nicht? Ja, ja, Goat Penning Ja, klar Stimmt, hier ist die Bowlingbahn Ja Also aufs Dach Auf dem Dach, ja Die Sonnenbrille Oh Kommt sie denn her? Lach sie deine Ecke? Ja, ja, die habe ich in die Ecke getreten erst mal Ach du mit der Topkick Verdict Verdict hat uns hier gestapelt Waren die überhaupt da vorne? Mh Tantelos ist wieder da Das Auge, wie es weggeflogen ist Ja, ja, ich habe es gesehen Wie du ihn einfach mit dem Messer Du bist voll das Auge rausgeploppt Voll krass Der Messer Sticher Kann man hier oben hoch hüpfen? Nee, ne Vielleicht dachte ich, kommt man da hoch aufs Dach Wo kommen wir denn jetzt am besten auf das Dach? Mh Hier, da, ich habe eine Zugangskarte fürs Dach anscheinend Das hier brennt überall alles Ja, ich glaube, das ist auch das Dach Oh shit! Someone came! Hey! Over here! Hello! Ich traue dir da oben nicht Wie meine, wir kamen mit schrottet voll Was? Okay Ich habe hier eine extra Tür aufgemacht Also, wo seid ihr denn? Ist du da? Ja Ich habe eine extra Tür aufgemacht Deswegen, also Ey Bist du? Okay, ja, ja, okay Es gibt mehrere Zugänge auf das Dach Okay So Wir haben den offiziellen Weg genommen Da, sprich mit dem Norden Gehör auf dem Dach Da oben Da steht sie doch Oh Oh Money Gennendorch wird nebenbei Powerwash Geil Geil Ich hoffe, deine Finger riechen gut Oh Juicy Flash Juicy Flash Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Und wir können das Und wir können das Oh, verdient Oh, verdient Oh, verdient Oh, verdient Oh, verdient Oh, verdient Deine Wir müssen jetzt nicht so eine Influencerinnen da essen Scheiß Influencer Wohin riechen deine Fingern? Zigaretten und alter Mann. Dreh die Musik auf und locke ein paar Zombies aufs Dach. Erstmal hole ich mich nicht mehr. Okay. Schmeiß sie vom Dach. Vom Dach schmeißen? Ja, das kann, glaub ich, nur... Semphi, oder? Oder sehe ich da verkehrt? Oh, oh! Oh! Ich bin auch runtergefallen. Ich irgendwie nur halb. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin eine Klasse runtergefallen. Ah, ich muss wieder runter. Außen rum. Aua! 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 Ja? Ja, zack, der flog aber. Ey, der ist vom Dach geflogen und das hat nicht gezählt. Der ist doch eindeutig vom Dach geflogen. Viel fliegiger kann man gar nicht vom Dach fliegen. Aber vielleicht hier hinten. Sollen wir die vielleicht hier hinten runterstoßen? Ja! Oh, da bringe ich! Da bringe ich! Boah! Ja, die ist runter. Hier hinten am besten. Hinter der Cheapbox. Ja. Oh, ne. Doch nicht. Doch mehr Ausdauer. Boah! Zwei Stück auf einmal. Ja. Warte, lass den aufstehen. Ja. Können wir ihn runterkicken. Der steht nicht auf! Der steht nicht auf! Der steht nicht auf! Bam! Oh, Amanda hat ein Problem. Was soll wir anders machen? Toll. Musik! Weiter aufdrehen und verstümmeln! Folterporno! Wie glaub ich lieb Maaßen? Okay. Ja, ich habe einen Zombie, der weicht aus! Warte, fuck! Ach, das bist du! Da liegt was grünes rum. Offizierschwert habe ich aber schon. Aua! Hau mich doch nicht, Sempy! Doch, das Verdiener scheint. Ich bin wieder vom Dach gefallen. Ah, ihr müsst mit schweren Schlägen... Müsst ihr die Beinepfechtzeck ruckeln. Oder die Arme. Oder Arme. Oder Arme. Ja. Ich bin wieder von einem Schleger. Ich bin wieder der Babs. Oder die Arme. Ich bin wieder der Abkampf. Ich bin wieder der Abkampf. best video ich habe das bein abgehackt die koffer betreten lampiere zum bieres okay aber jetzt feuer mit ihr die hinrichtungsanimation ist auch krass alter wie sie abgeht mit ihrem kleid ich mach mal ein bisschen mehr feuer alter was ein dicker beach boy ich bin wieder runtergefallen verdammt muss ich spawnen oder nein ich komme ich versuche zu kommen da geht was da geht was oder geht nichts da jetzt geht wieder was naja der ist ja eigentlich am flambieren hier tut ihm nicht so wirklich weh au was auch nächster war so ein heizpilz an dem ich hey die kitt was weh die kitts wo lag eins auf dem boden double drop kick hau 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 jetzt, wo der Sommer wieder kommt. Ich war heute auch zum Grillen eingeladen, eigentlich, aber Punkt 1, Rückenschmerzen. Punkt 2, ich wollte unbedingt zocken. Verkämmt man doch. Ja, letztes Wochenende, das eine Wochenende, war ich halt arbeiten und musste meine Tochter holen am Sonntag und so. Frau Moon ist da! Aber wieso hat die überhaupt noch Internet in der Apokalypse? Keine Ahnung. Ja, stimmt, aber in der Videosequenz kamen, dass Handy ja eigentlich du, du, du macht, ne? Ja. Frau Moon, alte Hühnerbürgerin, hallo, einen wunderschönen guten Abend, dankeschön, für acht Monate. Mega nice. Hä? Wir sollten ja noch einen Kommentar hinterlassen. Ach so. Also, ich möchte Clickbait starten, okay? Will Clickbait noch weiter, oder wie? BFF? Nein. Gartenstream, Alex. Ich hab drüber nachgedacht. Und ich hab auch schon einen zweiten Rechner, den ich theoretisch dafür benutzen könnte. Mein alter Rechner geht nämlich wieder. Der härteste Ostdeutsche. Hallo. Mein alter, alter Rechner-Sender, den ich damals vor vier Jahren von Keys bekommen hab. Mal fünf. Mal fünf. Ich hab so rücken, Alter, mehr. Weil die ganzen kurzen Sitzbänder vorne und die ganzen langen Sitzbänder hinten müssen sich jetzt auf acht Stunden stehen am Tag umdisponieren. Und deswegen hab ich rücken. So. Also, Clickbait geschafft, oder was? Haben wir was gekriegt? Ja. Ja, haben wir geschafft. Dein Winter ist voll. Hm, schon wieder voll. Recyceln. Gehre zu Emmas Haus zurück. Ist das da, wo wir angefangen haben? Wo der Herr Händler ist? Ja. Dann sollten wir vielleicht wirklich da hin. Ich hab mal kurz recycelt. Alter, wieso ist der so... Oh, da ist es wieder weggeflogen. Das Auge. Richtig geil. Das ist so witzig. Ey, ohne Scheiße. Ohne Flachs. Ich verstehe einfach nicht, warum das Spiel nicht einfach in Deutschland und Uncut kommt. Also... Ja... Soll man nicht... Also, warum soll man nicht Spaß daran haben, wie die Tomis hier am Boden liegen noch mal ein bisschen... Ja, weil du sie ja auch so zerstückeln kannst. Es ist halt echt komisch. Es ist ganz komisch. Vielleicht war es einfach so, dass es hieß so, wir müssen was sagen, damit der Rest nicht beachtet wird. So ungefähr, weißt du? Ich meine, ich glaube, der erste Dead Island-Time war, glaube ich, auch zensiert oder... Der war in Deutschland in der Zeit lang zu kommen. Der hat er, genau, der war verboten, ja. Den hat man sich dann damals über Steam gekauft, über... VPL. ...Österreich. Ja, damals noch... Vorsicht! Was? Österreich-mäßig kostet er dann einfach die Codes kaufen und auch von Deutschlands Account auch registrieren. Aber... Hm. Ey, der neue Teil von Route 96, der habe ich auch gesehen. Das würde ich auch gerne noch mal zocken irgendwann. Aber es kam jetzt so viel. Es kam so viel. Ja, stimmt. Stimmt hier, dieses... Das ist doch... Route 96 ist auch das mit den... Wo die Kinnis da, ne? Ja. Wo die... gegen die Revolution oder was war das da? Nee, Route 96 war hier dieses... Wo du mit diesen Kinder... Ja, doch, mit den Kindern da diese Revolution... Genau, weil die Kinder irgendwie arbeiten sollten nicht mehr Fahrrader. Ja, ja, genau. Irgendwas war da, ne? Ja, ja, genau. Da kam jetzt irgendwie ein Prequel oder sowas raus. Da habe ich Bock drauf. Ich habe... Dann habe ich gesehen, Advanced Wars ist draußen jetzt hier für die Switch. Oh ja. Das habe ich mir auch gekauft. Ja, aber ich habe... Da musste ich echt aufpassen, so, ne? Weil... Das ist... Diesen Monat... Jetzt habe ich das hier für 65 Euro gekauft. Dann, äh... Ich würde gerne dieses Disney-Mario-Kart-Ding mal ausprobieren. Uuuh! Na, weiß ich nicht. Das Mario-Kart-Ding von Disney. Schon Bock, aber... Ja. Ja, aber Early Access und dann 60 Euro wollen die, glaube ich, dafür, ne? Nee, nee. 25, glaube ich. Naja, ich glaube, bei Steam habe ich gesehen 60 Euro. Weil ich glaube, nee, oder? Es kostet euch 25 im Early Access und dann wird es irgendwann free to play, aber du kriegst halt irgendwie Sonderkram dann, wenn du es dir jetzt schon kaufst. Oh. Also, glaube ich, bei Epic, oder? Oder 30? Aber ich glaube nicht. Vollpreis. Ich glaube, man kann das doch bei Epic holen, oder? Äh, die reden... Kartoi war es gesagt. Kartoi da. Ja, Kartoi da ist ja das... Mario Kart. Umsonst Mario Kart. Das ist das Umsonst Mario Kart. Ich rede von dem Disney-Ding. Disney Speedstorm. Oh. No way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, I don't need to convince Sam. Oh, I need to convince you. And then Sam will tag along. Wiedersehen. Gös. I don't know why you think Sam would risk everything for me. Oh. Girl, he fought through an apocalypse to be with you. He had his chance. Exactly. And so he'll do anything for a second chance. Yeah? Du kannst das Ultimate Bundle holen, das Ultimate Founders Pack, das kostet 70, normal kostet es 30 Dollar bei, äh, Euro bei Stil. Oh, schlechter. Ja. Oh, schlechter. Nur für Amy und Bruno. Über Knochen einfach. Okay. Hier bin ich auch schon wieder. Oh, schlechter. Oh, das ist gut. What did I do to deserve this? Fähigkeitssprung tritt erforderlich. Michael. Habe ich doch, oder nicht? Hä? Leute, wo ist denn hier so ein Tisch? Ob wir wählen noch so gloriaß? Oh mein Gott, mein Lieblingspakt ist. Halt auf die End, Halt auf die End. Ich habe nicht die Endung. Ah. Ich habe einen Tisch, die Möbel, die Möbel, die Möbel und die Möbel, die Möbel, die Möbel und die Möbel, die Möbel sind. Krass. Ralle, der Gloriöse. Aua. Oh, endlich darf ich meinen Hackebeil modifizieren. Ich würde gerne die... Wie, wieso kann ich die Spitzhacke nicht modifizieren? Ja, ich glaube, da brauchst du eine Ballpause für, ne? Aber für jedes Teil extra. Ach ja, ich lag ja eben noch eine. Ja? Ja, weil hier lag hier eben eine. Ja, ne Feuer. So, eine Haltbarkeit. Die Kraftfänger, dafür eine Geschwindigkeit, okay. Oh, hier gibt's eine Anleitung beim Händler für Medikids. Oha. Die kostet nicht mehr was. Oh, und Sicherungen gibt's auch. Oh, sehe ich denn mal? Ah, da oben rechts sieht man sein Geld, okay. Aber eine Sicherung nehm ich mal mit. Ach, bei ihm kann man auch Sicherungen kaufen. Ah. Also da nehm ich mir mal eine, nehm ich mal mit. Ja. Verkaufen. Kann ich mir auch Sachen verkaufen? Waffen kann man bei ihm kaufen, okay. Oh, das ist ja noch viel besser als Verschrotten eigentlich. Zumindest wenn man Sicherungen kaufen will. Ja, geht so, ne? Also verkaufen... Aber die Dinger brauche ich nicht. Bringt schon ordentlich Geld. Und den Rechen. Den verkauf ich ihm auch. So. Wo habt ihr gerade eine Blow-Pause gesehen? Hier, bei ihm beim Carlos. Beim Händler. Ah, ich guck mal hier. Ah, guck mal hier. Hier ist ein Lagerspin. Äh... Lagerspin. Ja, okay. Dann habe ich die wahrscheinlich im Tätorio schon aufgehoben. Ne, das war eine Feuerwehr. Ah, nee, ah, ah. Ah, ja, ah. Ja, ja. Ja, ja. Versenken. Mord, okay. Ich dachte jetzt, bei meinem Hackebeil habe ich jetzt Feuer drauf. Hm. Da. Und dann. Mehr Schaden vergert die... man muss gucken wenn man drauf macht die andere schönkeit für die kraft also keiner will mit diesen ralf live glaube ich habe ich auch nicht immer macht hier heute haben wir mal was raus mal alter schwede hilma vielen vielen dank ihr seid ja fertig oder hilma ralf ralf der sitzt hier der hört sich abends immer mein gejammer über meine schmerzen im discord an und dann ich habe irgendwie weiß ich nicht so muss dann tesla model 3 weißt du warum es ging darum von wegen welches elektroauto und dann habe ich gesehen dass tesla model 3 hat ein furzkissen modus so du kannst auf den sitzen einstellen furzkissen aktivieren und wenn sich einer draufsetzen hallo kauf argument für mich kauf argument auf jeden fall ja eigentlich also der erste tesla war ja schon frag mich selber denn da gerade selda 25 was arbeitest du denn ich war mal selbstständig ich bin gas wasser scheiße und elektro meister und ninja und ninja genau ich verkaufe schlippis in japan ich glaube ich habe natürlich schlippis von anderen damen ich dachte sonst hätte ich jetzt die letzten paar jahre echt viele gespräche noch mal neue aufrollen müssen deswegen haben die leute immer so geguckt dass ich gesagt habe ich will ninja werden er macht das wie mit so sardinen er schnappt sie sich da wo er sie am ende auch wieder verkauft ja genau so mache ich das aber ich war lange zeit selbstständig und jetzt auch tatsächlich wieder selbst angestellt also mehr infos gibt es glaube ich erstmal nicht was vor dem stream werbung von schreienden männern in unterhosen put zum glück alles wieder noch mal wir haben 420 likes das gibt es ja gar nicht blazed oder was nice bald dürfen ja alle blazen nur in bayern wieder nicht der kreis also das ist ja eigentlich ein anzeichen du musst einfach nur einmal im monat muss wieder online gehen da kommen sie alle hoch der kreis ja auch wieder da ich also ich finde es geil hätte ich nicht gedacht ich hätte gedacht dass vielleicht heute so 100 mann diese im stehen kreise hier treffen was ich bin ehrlich da habe ich mit gerechnet weil du hast der community die sind treu ja ja das war immer mein vorteil gegenüber kies die kommen nur die kommen nur halt weil weil er guten stoff verkauft so ja ich bin der stoff weiß dass ich das ist auch da omen to kill trailers klingt auch wie so eine band wir müssen irgendeinen typen hier finden ja aber hier unten ist du helft noch hast du gesagt ja furzkissen geräusche genauso sinnfrei das ist nicht sinnfrei es hat noch nie ein auto mehr sinn gemacht was geht da ab macht ihr was wir suchen michael ja wir haben auch eine johäfte gefunden ja ich habe ich habe ihn gefunden anscheinend das ist michael das ist michael ich habe ihn mit der bürste verprüfung Alter, was ist das aber für eine Böste auch? Ich wollte gerade sagen, sie ist ziemlich aggressiv auf die Böste. Sehr drahtige Haare. Wenn der Auspuff vom Tester Furzgeräusche machen würde. Also du kannst das Furzen auch auf den Blinker einstellen. Wenn du blinkst, hast du drin immer... Ey, mega gut, bestes Auto der Welt. Model 3, Long Range. Das ist mein Dream in den nächsten zwei Jahren. Aber für 500 im Monat könnte ich einen finanzieren mit einer Ballonfinanzierung. Und dann müsste ich noch einmal im Monat streamen. H.B.L., Alter. Haut 25 Euro raus. Deine Prothese sieht aus wie eine Zuckerstange. Ach ne, das ist eine Amerika-Fahne. Meine Prothese? Ja. Von hier aus sieht sie aus wie eine Zuckerstange, aber da sind noch Sterne drauf von der American Flag. Genau, ich brauche noch genau einen Schuh. Also ich bin noch mal reingegangen in das Zimmer, da kann man sehr viel mitnehmen. Ja. Ja, stimmt, ne. Wie das hat man gesehen, dass man da... In der Glister. Ja. Aber hier hinten kann man auch noch einiges mitnehmen. Finde ich. Okay, wenn finde ich. Da liegt auch noch was. Lama-Milch. Ja, jo, tatsächlich. Lama-Milch? Ja, süße Gegenstand eben. Sind wir jetzt bei Fortnite oder was? Wir haben Kreis-Videos geschaut. Ah, Dantelus, das ist auch nicht mehr so, ne. Man muss ja immer ein bisschen auf dem aktuellen Stand sein bei den Dingern. Ich kenne einige mittlerweile, die den fahren und die haben keinen Stress. Auch beim Batterietausch nicht und so, weil du hast acht Jahre Garantie auf die Dinger. Wenn du sie nicht... Und da musst du schon ein paar hunderttausend Kilometer fahren, bis die auch ihren Saft verlieren. Wo kommen wir denn eigentlich wieder raus? Man sollte allerdings gut versichert sein. Das ist natürlich keine Frage. Ach, da. Also, mit Haftpflicht brauchst du den nicht fahren, dann hast du ein Problem. Am besten leasen. Jetzt hört sich tof an, aber ja, am besten leasen. Ja, am Ende kann alles gut oder schlecht, selbst wenn ich mir jetzt, wenn ich mir, äh, für 50.000 Euro einen Benzinbetriebenen Neuwagen kaufe, wenn ich den irgendwo vor den Baum setze, habe ich genau so ein Problem. Also, ich bin prinzipiell eh kein Freund von Neuwagen und so. Ja, jedes Auto ist zweischneidiges Schwert. Ich hätte auch mit meinem ins Klo greifen können. Ich hatte halt mega Glück. Wobei, das sehe ich, nächsten Monat habe ich TÜV. Dann sehe ich erst, ob ich Glück hatte oder nicht. Was denn, Ralf? Schau dir mal die, die Waffe an. Ja, den Ball habe ich nicht. Den habe ich nicht gefunden. Tatsächlich. Also, wie gesagt, das ist immer die Leute, du siehst im Internet, siehst du halt von 6 Millionen verkauften Teslas, siehst du 5 Leute, die Probleme haben. Und dann sitzt du am Stammtisch mit der Familie und jemand sagt, oh, ich will mir einen Tesla holen. Oh, die machen nur Probleme, habe ich gehört. Das ist immer so dieses Ding. Und dann sind die meisten auch gedanklich noch auf dem Stand von vor 8 Jahren bei E-Mobilität. Die denken dann, ja klar, dann findest du keine Ladesäule. Und da musst du ja, du hängst ja nur an der Ladesäule, so ein Quatsch. Selbst wenn du nur 400 Kilometer Reichweite hast und das Ding zum Pendeln benutzt und ich fahre 15 Kilometer zur Arbeit und 15 Meter zurück. Das heißt, ich müsste theoretisch vielleicht ein bis zweimal im Monat laden, wenn ich keine Wallbox habe. Und viel weniger gehe ich auch nicht tanken. Und ob ich da jetzt 25 Minuten rumstehe und mir irgendwie eine rauche und einen Haufen in die Natur setze währenddessen. Mich persönlich stört das nicht. In die Natur? Coach Klack hat den Kopf verloren. Ah, guck mal. Das ist selten, da sind wir wieder bei diesem nicht mal umweltfreundlicher. Natürlich, in der Herstellung nicht, aber du bist mittlerweile, bist du nach spätestens 100.000 Kilometer, bist du wieder green. Das, was du dann an Benzin nicht verbrannt hast, nach spätestens, je nachdem, wie viel Fahrleistung du hast. Je nachdem, wie viel Fahrleistung du hast. Und die sind auch nicht mehr 50% schlechter als Benziner in der Herstellung, sondern nur noch 15-20%. Das ist ja so wie, also, ich meine, ich bin ja Klempner und Elektriker, ne, also, es ist genau das gleiche. Also, Solaranlage auf dem Dach, die rentiert sich erst nach gewisser Zeit, ne, also. Das ist an der Tatsache, wo der Sprit herkommt. Ja, aber trotzdem hast du für jeden Sprit Infrastruktur. Der Sprit wird irgendwo hergestellt, der wird raffiniert, der wird transportiert. Das gehört auch immer noch mit dazu. Jotida! Oh, hier ist ein Zombie, der immer Strom hau... Hey? Und ein Großteil des Stroms ist mittlerweile schon aus, äh, sauberen Quellen. Das ist halt, du tankst nicht ausschließlich Kohlestrom, nur weil das der Opa mal irgendwann erzählt hat, da im Internet, oder irgendwie, der keine Ahnung hat. Und einfach nur wieder propagieren will. Im Allgemeinen ist ein E-Auto natürlich teurer, in der Anschaffung, aber das rechnet sich, je nachdem, wie viel du fährst, auch wieder. Fakt ist einfach, wenn ich jetzt zu meiner Freundin fahre, mit meinem Benziner, mit Super, bei, weiß ich nicht, heute war er bei 1,91 kurzfristig. So, und da fahre ich jetzt hin und zurück, da bin ich 130 Euro los. Fahre ich das mit dem Elektroauto, bin ich keine 30, oder vielleicht 30 Euro los. Für hin und zurück. Und das ist einfach schon vom Geld her wesentlich sparsamer. Joko, alter! Habe ich HBL eigentlich schon Danke gesagt? HBL erstmal nochmal Danke für 25 Euro. Oh, Gott! Der Joko, äh, Joko, ich hab letztens, ohne Witz, ich hab geträumt, dass Joko Geld donatet hat, ohne Scheiß jetzt. Ohne Kack. Ohne Kack, ich hab das, ich hab geträumt, dass Joko da ist. Godfuck, ey. Hm? John Cena hat er doch weggemacht, ne? Es ist die neue John Cena, du in Schwarz. Ja, Doppel-Cina. Ja, ne, der hat auch gebrannt. Der hat gebrannt, bist der selbe. Oh, krass, wo ist der gleiche? Haben wir noch ne Kiste hier drin? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Heino, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, genau die Montagsmodelle gekauft. Ich hab auf der Arbeit so viele Leute, die Elektroautos fahren. Sei es Mercedes 300E oder welcher das ist. Tesla, zwei Leute, die haben alle kein Problem. Die sind alle höchst zufrieden. Aber Wartungskosten hast du doch im Allgemeinen weniger. Du brauchst doch kein... Du brauchst doch dieses ganze Zeug nicht, oder? Ein Ölwechsel. Wenn meiner jetzt erstmal TÜV kriegt, wird der sowieso erstmal kaputt gefahren. Ne? Wasserstoff, Wasserstoff ist völlig schlecht. Wasserstoff hat einen schlechtesten Wirkungsgrad neben... Äh, wie heißt das andere Ding? Hier, diese tollen... Äh, die angeblich so geil sein sollen, aber einen Wirkungsgrad von, weiß ich nicht, 10% haben. Dieses E-Fuel-Zeug, das ist der letzte Rotz. Das ist noch mehr Umweltdreck als alles andere überhaupt. Ja, da kann ich jetzt auch was erzählen, weil Wasserstoff wollen sie jetzt auch gerade in der Klempner, also heizungsmäßig, wollen sie einführen. Und Wasserstoff ist... Also die ganzen Rohrleitungen, die jetzt aktuell in jedem Haus sind, die sind da gar nicht für vorgesehen. Also Wasserstoff hat ganz andere Dichtungsgrade, also da kannst du nicht die ganzen Sachen, die vorher aktiv waren, also das kannst du gar nicht machen. Und du musst halt einfach sehen, so doof es ist, aber es gibt in Deutschland 100 Wasserstoff-Tankstellen. Ja. Und es gibt, weiß ich nicht, 60.000 Ladesäulen. Oder vielleicht 25.000 Schnelllader und dann Mittellader noch ein paar. Auf jeden Fall hast du eine sehr gute Ladeinfrastruktur mittlerweile. Und ich hab zwar noch kein E-Auto, aber selbst in den Ferienzeiten, wenn ich gefahren bin, waren immer ein, zwei Ladesäulen frei. Wo ich mich am liebsten hingestellt hätte, weil der Rest des ganzen Parkplatzes voll mit Autos war. Da hätte ich gerne ein E-Fahrzeug gehabt. Ich werd mir das auf jeden Fall ansehen, noch ein bisschen. Schalten. Ich fahr sowieso automatisch. Schalten ist sowieso für mich der größte Mumpitz. So unnötig. Schalten ist so unnötig. Klar, wenn ich den Eindruck machen will, oh, ich bin 20 und ich hab einen geilen Move drauf. Guck mal, ich kann schalten und brem, 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 brem machen dann. Aber für was anderes braucht kein Mensch mehr eine Schaltung. Jedes moderne Auto schaltet wesentlich umweltfreundlicher, als der Mensch das hier könnte. Und ich rede von modernen Autos, nicht von meinem 16 Jahre alten Viergang Mazda, sondern... Ich kenne sehr viele Menschen, die sehr glücklich sind und ich werd mir E-Mobilität auf jeden Fall näher angucken. Ich sag nicht, dass ich es zu 100% machen werde, so, aber... Ich werde auf jeden Fall ein Auge auf diesem Thema haben und, äh, ich hab mir da jetzt schon sehr viel angesehen, auch zu in letzter Zeit und bin davon überzeugt, dass das für mich auf jeden Fall auch passend wäre. Aber für mich persönlich ist immer noch die Reichweite halt ein Problem. Klar, geben die 600 an. Realistisch schaffst du dann vielleicht 400, ne? Das ist noch so ein bisschen, aber jetzt, wenn... Tesla kommt jetzt dann wieder mit neuen Akkus irgendwann... BMW hat auch jetzt auf dieser komischen Autoshow gesagt, sie haben irgendwie neue Akkus, die sind dann irgendwie 15 Millimeter höher, sind zwar ein bisschen schwerer, aber im Allgemeinen kriegst du damit trotzdem größere Reichweiten hin. Mal abwarten. Man fühlt sich da eins mit der Maschine, ja, siehste, also das ist, wie gesagt, für jedem das Seine, klar. Ich würde da niemandem reinreden und sagen, das ist du, dass du schaltest, aber für mich ist das halt sinnfrei, ist so, ich brauch schalten nicht, ne? Also, ich hab da keinen Bezug zu, hab ich nie aufgebaut, ich hab meinen Führerschein erst mit fast, also Mitte 30 gemacht. Und jetzt bin ich auf Automatik und ich werd immer Automatik haben wollen. Wir können eh nicht alle Autos durch E-Autos, das geht auch, das geht auch nicht, Zelda, das ist aber auch nicht der Plan. Der Plan ist, dass man stufenweise langsam die Infrastruktur an den Verkauf anpasst. Alles andere wäre unmöglich. Es wäre auch damals unmöglich gewesen, von Kutschen von einem Tag auf den anderen auf Autos umzusteigen, das hat auch nicht geklappt. Du musstest ja erstmal Tankstellen bauen, die Infrastruktur schaffen, die Raffinerien schaffen, das Öl aus dem Boden holen, das musste ja auch erstmal passieren, irgendwann, als wir so weit waren. Und das ist jetzt derselbe Sache, nur halt knapp über 100 Jahre später. Wir müssen uns jetzt langsam, aber sicher da rantasten. So schnell wie Chinesen sind wir nicht. Die Chinesen sind da ein bisschen schneller unterwegs, was das angeht. Die haben irgendwie mehr Geld auch in den Strukturausbau, das ist wie bei uns mit Internet. Die Deutschen sind da halt immer ein bisschen vorsichtig und die haben viele Regeln. Und wenn man die halt nicht alle beachtet, dann geht das alles nicht so schnell. Und wir haben natürlich auch sehr viel Lobby dahinter sitzen, das muss man halt auch immer sehen. Aber das klare Ziel und die Zukunft liegt auf jeden Fall definitiv in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Und wenn sie es halt per Gesetz durchdrücken, wie sie es halt jetzt ja dann auch machen wollen im Prinzip. Aber Wasserstoff ist eher so eine Sparte und das wird sie immer bleiben, weil Wasserstoff einfach der Transport und das Ganze hin und her und der Wirkungsgrad ist halt einfach nicht so hoch. Wir müssen halt dahin, dass wir die Elektroautos mit sauberer, oder halbwegs, nenne ich mit Kohlestrom tanken. Dann haben wir einen extrem hohen Wirkungsgrad bei Elektroautos und das lässt sich einfach auch nicht wegrechnen. Ja, ich glaube, es gibt doch sogar, hat nicht der eine Polster oder so, hat der nicht auch eine Schaltung oder so? Also so eine simulierte Tiptronic mäßig, also so ein E-Auto mit so einer Tiptronic und so. Und es ist natürlich auch immer eine Frage der Sicherheit, ne? Ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt mit einem Auto einen Unfall habe, dann würde ich, hätte ich es halt lieber in einem, weiß ich nicht, I4 BMW oder so, als in einem hier Dacia, äh, ne? In so eine, so eine, wo meine Oma immer die Kekse reinpackt aus dem Material ist der. Ja, irgendwie, wir müssen irgendeinen Schlüssel finden hier, ne? Irgendwie. Ich suche nach weiteren Schlüsseln. Ihr im Haus oder vorm Haus oder wo sind die? Im Haus ist das Radar, oben, äh, also das, äh, ja, oben ist das dann gelb. Nachrichten. Ja, da ist ein Safe. Ah, mach ich immer, ich habe die Jagd besser. Ja, ich habe Michaels Hausschlüssel im Müll gefunden. Okay. Ah, warum greift er mich immer an? Wo du vorgehst. Ein Clown ist da. E-Auto-Unfall ist schlimmer? Nö, das stimmt nicht. Das ist auch so ein, so ein, so ein Mythos, dass die Leute denken, oh, die fackeln sofort ab und du explodierst. Ja, genau, die explodieren sofort. Hilfe! Ja, ja, das ist völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn, das ist so richtig schön... Stammtisch, Stammtisch-Geschichten sind das. Es ist halt einfach faktisch widerlegbar, aber das ist halt wie damals mit... Masken helfen nicht oder, keine Ahnung, Tollwut-Impfung geht gar nicht, ne, und... Ach ja. Da gibt es im Laufe der Menschheitsgeschichte viele Dinge. Motoratierter Bierkasten, Verkleidung aus der Hitze. Das ist halt... Im Moment lässt sich ja auch natürlich mit Elektromobilität, lässt sich natürlich auch gut Klicks machen und so, weil das halt ein sehr kontroverses Thema ist, ne, und viele Menschen... Gerade der Deutsche liebt sein Auto und der Deutsche hasst Veränderungen generell. Vor allen Dingen, wenn sie ihm dann mehr oder weniger durch die Hintertür aufgezwungen wird, was ich natürlich auf einer Seite auch nachvollziehen kann. Zelda, die Tests waren eben nicht eindeutig. Und einen Dreck haben sie... Das ist genau das, was ich meine. Hast du einfach auf den falschen Channel geguckt. Prozentual senkst du und hast du faktisch damit das Risiko enorm gesenkt. Es ist einfach so. Warum sollte ein Arzt sonst während einer Operation ne Maske tragen? Dann könnte der Arzt ja auch während der Operation sagen, oh ja, ist ja Quatsch, dann kann ich ja auch hier rumhusten, ist ja egal, wenn da ein paar Keime reingelangen am offenen Herzen. Wahrscheinlichkeit sinkt prozentual und das ist ein Fun. Warum brennt der? Warum brennt der Zombie? Weil ich habe meine Waffe gemodelt mit einem Brennen. Ja, ich auch. Okay, ich habe nur Elektromods die ganze Zeit. Und faktisch ist es so, dass Elektroautos weniger abbrennen und nein, da ist diese Dings rausgerechnet, weil dann immer alle sagen, ja, aber es werden ja viel mehr Benziner verkaufen, deswegen ist die Prozentuale natürlich höher. Nein, das wurde rausgerechnet. Und wenn du den Anteil an brennenden Elektroautos auf denselben Anteil an brennenden Benzinern rechnest, dann verbrennen immer noch mehr benzinbetriebene Fahrzeuge als Elektrofahrzeuge. Das ist nun mal so. Zelda, ich diskutiere mit dir sowieso nicht mehr über irgendwas. Weil für dich sind ja auch alle Menschen dumm, die gescampt werden, weil du schlau bist und alle Menschen, die keinen Sport machen. Und du kannst dich am besten dehnen und deine Faszienrollen sind aus Kerneisen in der Hölle von Zwergen geschmiedet und mit Mordors Ring wurde in den Flammen der Hölle wurden, ja, ich weiß, und deine Faszienbälle, die sind Kugelstoßer, trauen sich nicht mit denen zu werfen, weil die so knallhart sind, dass sie ihnen beim Aufheben die Hände brechen. Und du bist schon immer ein sehr starker, ich habe meine Meinung, vertrete die und suche mir immer genau die Quellen raus, die dann auch dazu passen. Und das ist nun mal so. Das ist ein scheiß Dropkick, ne? Ja, und? Ja, wenn du einen Auffahrunfall hast und der so hart ist, dass die Batterien halt Schaden erlitten haben, aber wie gesagt, deswegen solltest du halt, wenn du ein E-Auto fährst, jetzt nicht mit einer Teilkaske unterwegs sein. Das ist keine gute Idee. Aber da die meisten ja dann, wenn sie auf E umsteigen, weil es gibt ja noch, ne? Es gibt ja noch keinen Dings, ähm, keinen guten Gebrauchtmarkt, sag ich mal, deswegen sind die meisten ja neu zugelassen. Und für mich wäre es am Ende, also ich habe das auch... Mich würde gerade mal, auch wenn ich jetzt reingrätsche, mich würde ganz gerne mal interessieren, äh, Zelda, welches Alter hast du denn mittlerweile erreicht? Also, wie alt bist du? Körperlich 12, weil er Barfußschuhe hat. Körperlich bin ich auch, äh, nee, nee, mittlerweile nicht mehr 12, aber... Ich bin 72. Wurde im Fitnessstudio gemessen. Nee, 61. Im Fitnessstudio an diesen E-Gym-Geräten hieß es dann. Ihr körperliches Alter ist 61 Jahre. Spüre die Liebe und das Leben. Ja, wie gesagt, ich werde ja auch nicht jetzt, aber du hast halt gesehen, was sich jetzt allein in den letzten vier Jahren bei Elektromobilität getan hat. Und, äh, wenn man das nochmal ein, zwei Jahre weiterdenkt, ich weiß halt nicht, der i4 von BMW, den fand ich auch interessant, der liegt preislich sogar für ein Neufahrzeug bei, was weiß ich, 57.000 oder so. Klar, du musst schon einen guten Job haben, um dir so ein Ding zu finanzieren. Und das ist nichts für den Menschen wie mich, der sich für 3000 Euro an der Tankstelle von einem Türken einen alten Mazda 3 kauft, der 16 Jahre alt ist. Ne, dafür ist das nix. Aber für die nächsten Jahre, wenn mein Job jetzt gut läuft und ich dann einen unbefristeten Vertrag hab und ich mich dann, weil ich am Ende dadurch spare, ich spare dadurch immense Energiekosten, weil Sprit garantiert auch nicht viel billiger wird, selbst wenn Strom noch teurer wird, ist es immer noch billiger als Benzin zu tanken. Boah. Alter, ich brenne. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, aber die brennen ja auch alle hier, die Zombies. Was? Bist tot? Ja, der ist verbrannt. Ja, wobei, die sind auch ein bisschen aggro hier. Ja, Mira, wie gesagt, ich kenne einige Menschen jetzt alleine aufgrund meiner Arbeit, weil die Leute anscheinend so viel Geld verdienen, dass die alle Kleiner hat so ein Mercedes, 300 E, dann haben wir zwei Teslas, ein ID.3, ID.4 und ich hab mit allen geredet, weil's mich halt so interessiert und ich gerne persönlich dann mit Leuten spreche, als mir ständig nur aus dem Internet von beiden, also, weil beide Meinungen immer schlecht sind im Internet. Du hast einmal natürlich die Hater, die grundsätzlich dagegen sind und du hast meistens dann die extremen Lover. Aber wenn du halt privat mit Leuten sprichst, die sagen dir dann auch, was für Schwächen da sind oder was sie dann stört, was sie vorher vor dem Kauf nicht beachtet haben, was dann aufgefallen ist. Oh, da ist wie ein Dicker. Aber im Kern sind die Leute zufrieden. Also selbst bei längeren Reisen. Ich rede von längeren Reisen auch weit über 1000 Kilometer. die du, wenn du deine normalen Pausenzeiten einhältst, auch alle zeitlich keinen großen Unterschied mehr machen. Und ne, dieser Mythos, dass man halt die ganze Zeit an der Ladesäule hängt und so, das ist so ein bisschen übertrieben. Der Malma! Malma, die. Ich hab ihn gesäuert. Warum brenn ich hier wie so ein alter Bier-Schiss? Was ist da los? Ja, da kommen noch andere Zombies hier. Aua! Der Malma, die. Er hängt am Boden. Mach mal, Malma. ID.3 ist der Geilste. Wenn es ein VW ist, okay. Ich hab jetzt, die haben jetzt den ID.7 vorgestellt, so, den fand ich optisch sogar auch mal ansprechend. Also, ich bin optisch nicht so überzeugt von den ID-Dingern. Aber, und du musst bei, was bei Elektro ganz wichtig ist, ist auch immer, der muss auch auf deine Bedürfnisse passen. Weil, du kommst durchaus auch mit nem Zoe, klar. Ne, mein Nachbar, die haben nen Zoe, die Frau fährt damit jeden Tag acht Kilometer zur Arbeit hin, acht Kilometer zurück. Die laden den über Wallbox, die mit Solar unterstützt ist von der eigenen Garage. Und für die reicht das. Zum Einkaufen, zum Hin- und Herdödeln. Und, ne, die sind natürlich dann unverzufrieden. Schau mal hier, die werden zu hackstöckeln. Mach's gut, F wird schon. Also, wie gesagt, ne, man darf nicht immer gleich, man muss ja immer ein bisschen gucken, was passt auch zu einem, und ich kann auch vollkommen nachvollziehen, dass der, der Hobbylandwirt, oder der Typ, der sein eigenes Holz aus seinem Waldstück holt, äh, wobei ich auch gestern bei Meckes, deswegen konnte ich bei Meckes nicht vom Parkplatz runter, weil hinter mir stand ein Modell Y, ist der Große von Tesla, glaub ich, ne, der SUV, Modell Y ist es, ne. Ja, ich glaube voll, ja. Mit Anhänger stand er hinter mir, und weil die Kette so lang war von dem scheiß Mac Drive, kam ich nicht raus, und ich stehe da, und das Eis schmilzt. Das war ein bisschen frech. Aber. Aber guck mal, hier sind schon wieder Totenköpfe, sind wir hier, richtig? Oh, ja, stimmt. Nö, ich glaub nicht. Nee, ich glaub, wir sind falsch, aber hier gibt's Loot. Wo ich jetzt gerade war. Na, er braucht ein großes Auto. Modell Y ist doch groß, Mira. Model Y ist doch ein Monstrum. Und da wird auch dein Hund reinpassen. Wenn da eine ganze Familie mit Urlaubsgepäck reinpasst, passt da auch ein Hund rein, da bin ich mir sicher. Leider musste ich das Eis essen, war ich nicht vom Parkplatz gekommen. Ja, ich war kurz davor. Echt nicht? Verhungert wär ich nicht. So wie der gerade vor der Scheibe. Ich weiß nicht, wo ihr seid, ich sammle hier Zeug. Ja, so ist der doch. Der verliert da Energie. Aber wie gesagt, das ist immer so, ich persönlich warte selber ja auch noch ein bisschen, auch wenn ich meine Freude daran haben werde, ist dann vielleicht eines Tages auszuprobieren und zu sehen, ob es für mich passt. Und wenn es nicht passt, ja, meine Güte, dann ein Auto, was ein Furzkissen hat, eine Furzkissenfunktion, das krieg ich schon wieder verkauft, da bin ich mir sicher. Ralf kauft mir den ab und finanziert den weiter. Mach gerne. Der fährt da mit seiner Schlüppi-Tour. Na, nur 1,58 groß. Ah, das macht doch nix. Länge ist doch kein Zeichen von Größe. Dafür gibt es eine Sitzeinstimmung. Penny! Hab ich Qtapier eigentlich, danke, gesagt, vor acht Minuten? Library of Babel, Alter, es tut mir so leid, dass ich eure Donations irgendwie übersehen hab, aber wenn ich hier im Diskussionsmodus bin, dann vergesse ich das manchmal. Es tut mir sehr leid. Library of Babel, Dankeschön. Äh, Qtapier, vielen Dank für 2,50. Und Benny F, Alter, vielen, vielen Dank. Dankeschön für 2,00. Dieses wieder da ist immer so. Ich bin nicht wieder da, ich war die ganze Zeit hier. Ich hab nur einfach keinen Bock gehabt, sag ich euch ganz ehrlich, ich hab keinen Bock gehabt und ich war gedanklich so und ich sag euch, wie es ist. Ich sag euch, wie es ist, aber mal einfach so einen ganzen Monat einfach nur ganz normal arbeiten zu gehen. Feierabend, auf Frühschicht 14,40, auf Spätschicht schön, spätestens 23 Uhr und dann hab ich schon ne Überstunde, so ungefähr, weißt du, und dann nach Hause gehen, nichts machen, hinlegen, Kopf zu, vielleicht noch nach Meckes ein Cheesy holen oder so. Einfach über nichts nachdenken, kein, du verdienst gerade kein Geld, kein Social Media Druck, so dieses ganze, öh, mach mal mehr, mach mal dies. Ich hab einen Schlüssel für einen Bio-Gefahr-Container, wo gibt's denn den? Oh, warte mal, da hab ich einen drin gesehen. Ich hab's mal abgeschlossen. Er moonwalkt und läuft seitlich bei dir. Warte, hier stehen nämlich überall welche rum. Bio-Gefahr-Kiste, aber da brauch ich keinen Schlüssel für jetzt, oder? Nee. Hier. Bio, sicherer Bio-Behälter, aufschließen. Voll Regen, ja, Blaupause haben wir gekriegt, okay. Geile Blaupause, Junge. Willkommen im Leben. Spätschicht auf den Nacken. Ja, aber, mir persönlich, mir macht das Spaß. Das ist auch ein gewisses Gefühl von Freiheit dann. Ja, jetzt kommen die Leute wieder mit Arbeit, Freiheit. Man muss schon seine Arbeit auch mögen und das ist nun mal so. Wenn du deine Arbeit nicht magst, dann hast du natürlich noch schlimmeres Gefangenschaftsgefühl und ohne Arbeit funktioniert's nun mal nicht. Ich bin nicht der Typ für, auf dem Motorrad durch die Welt zu reisen und auf Bauernhöfen mein Geld zu verdienen. Ihr wisst, wen ich meine. Okay, habt ihr sicher auch schon mal ein Reel von gesehen. Hilfe. Und, äh. Wo bist du? Ja, ich bin immer noch im Haus gewesen. Da kam ein Zombie, der hab ich mit einem Schlaf weggeholfen. Oh. Mich auch. Scheiße. Was los mit euch? Jetzt sind immer noch in den Haus drin. Da war ein Zombie, der hat uns weggeklatscht. Nach der Nacht Schicht Leberkäse damit. Boah, am frühen Morgen so. Oh, geil. Was? Ich hab... Oh. Okay. Ich werd's nicht schaffen, wahrscheinlich. nicht. Ich kann Ralf nicht wiederbeleben. Ja, das hab ich gemerkt. Das hab ich gemerkt. Donation ist nicht beschrieben. Du warst ja schon... Du hast ja bestimmt... Oh Gott. Der kam neben mir einfach so. Ich hatte nach der... Ich war nach der Spätschicht bei uns da... an der Allgut, ist das glaube ich Allgut. Heißt die so Allgut Tankstelle? Allgut heißen die, ne? Es gibt eine Allgut. Und, äh... Alter, hier sind Sprengfallen oder Mäusefallen oder sowas. Und... Okay, Hilfe. Und da gab's, äh, Dings. Komm on, let's go. Pass ich. Ich hab irgendwie wiederbelebt, aber... Der Zombie ist auch da. Der Zombie ist auch da. Gib dir noch. So, und da war ich an der Allgut und die hatten, äh, so... Brezel überbacken mit Käse und Salami und so einer Tomatenscheibe drauf. Alter, und das war so... Du wolltest grad durchrennen. Ja, wollte ich erst, aber hab ich nicht gemacht. Boah, die war so lecker. Ohne Scheiß, das war so geil. Nach der Spätschicht, das hat richtig gescheppert. Das sind aber eigentlich nur Mäusefallen, oder? Wenn man so links jetzt guckt. Wart mal ab, ich hab den extra angelockt jetzt. Ach so, ja, okay. Ah, okay. Wir werden sehen, was das für Fallen sind. Na toll. Okay. Doch. Das war eine Strohflitte, wo der geschossen hat, da oben. Ja? Warum ist jetzt hier alles so nass rum? Warum ist das hier nass? Alles ist nass. Ah, warum liegt hier Stroh rum? Ich lieg hier unten. Oh, der Zombie! Ah! Okay, alle liegen. Echt? Schön. Und das. Ah, mein Rücken. Was wollen wir denn hier in dem Haus? Aber oben gibt's bestimmt noch was cooles, oder? Aua! Wo seid ihr hier? Ach, du liegst schon wieder. Krass. Das Geile ist natürlich, bei der Spätschicht ist natürlich der Vorteil, ich bin halt extrem ausgeschlafen so und hab auch irgendwie noch ein bisschen, an der Frühschicht, ich lieg hier übrigens rum, falls jemand fragt, an der Frühschicht ist immer so, der Vorteil an der Frühschicht ist, du hast natürlich den Nachmittag, hast einen normalen Tagesrhythmus, wie ein echter Mensch und bevor du richtig wach bist, ist der halbe Tag schon rum. Oh! Hat's gereicht? Nee, hat nicht gereicht. Nee. Jetzt hat der Zombie mich weggemacht. Ich komm halt mit beidem ganz gut klar und ich bin happy. Ich bin wirklich happy, dass ich diese Arbeit wieder angenommen hab. Und es macht mir Spaß, es bereitet mir Freude, es, ich kann's nicht, so beschreiben, aber es ist toll. Ich hab halt auch wieder, dann, man lernt mal wieder Kollegen kennen oder alte Kollegen, so, wo ich mich richtig gefreut hab, dass die noch gibt, weil ich ja in der Firma schon mal war. Alter, wie ich den zersenzt hab, Junge! Ich bin der Prinz, Prinz Eisenschwert. Wir sind halt hier, wir sind halt hier wieder gespawnt, der Prinz. Prinz Eisen, Penis. Boah, was gibt's denn hier für Zeug? Hier war voll das Militärlager. Hier ist ein Foto von, oh, ein Toilettenpapier oder so. Die Algo-Tankstellen haben teilweise geiles Zeug, ja, wirklich. Was hast du gemacht? Nee, das hab ich nicht gemacht. Ach, da wirst du selber ankommen, ich kann es sein daher. Das war Wasser. Das warst du, oder? Sag mal, ich muss mal kurz hier ein bisschen. Ich, ich reinige das doch jetzt hier. Verdammte Scheiße. Kannst du mal den bitte den Säure-Eimat aufnehmen? Nein, warum? Dann bitte nicht. Nimm mir mal auf, damit er nicht weitergeht. Säure verteilt hier, bitte. Geh einfach raus. Oh, da liegt was Greenes. Oh, und da unten ist so ein dicker Bomber, Kerl. Au, 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 aber ich brenne. Aber hier liegt das Powiemesser des Liquidierers. Das will ich haben. Ach, guck mal, ich neutralisiere mit dem Wasser gar nicht die Säure. Ja, jetzt brauchst du es nicht aufheben. Bin ich? Ey, habt ihr auch das? Habt ihr auch denn das Liquid-Iramesser hier? Ich bin gerade nicht mehr angekommen hier. Ich muss gerade mal gucken, wo du bist. Draußen auf dem Balkon bin ich rausgegangen, wo wir gerade denn das Säureproblem hatten. Ach so, aua! Aua, wieso macht ihr das? Ja, warum machst du die Scheiße jetzt hier? So viel Papierrolle am Bett, verdächtig. Sascha Kuhn, alter Hühnerbürger, was geht ab? Ich bin runtergesprungen. Hier sind Zombies. Hier ist Gefahr. Oh, hier ist ein Malma mit Totenkopf. Zwei Malma mit Totenkopf. Ich hau ab. Ja, hier ist noch ein Malma. Aber wie kann man die Säurefässer wahrscheinlich mit draufwerfen, oder? Oh, Kacke. Ich hab ein Problem gleich. Vielleicht auch jetzt schon. So, jetzt explodiert nicht. Selpik, geh weg. Bin schon weggerannt. Sind explodiert, Gott sei Dank. So. Dann kommt die Säure jetzt nicht mal nach und dann kann ich gleich zu euch kommen. Äh, ich schlag grad weg hier. Aua! Ich wurde gemalmt. Äh. Ich wurde gemalmt. Ich schluck sie weg. Ey. Ich schluck sie weg. Aber wenn hier alles voller Malma ist. Ich mach extra mit Wasser jetzt gerade alles weg hier. Was verstecken die hier? Oh, Säule wegmachen. Ne, ich schluck grad die anderen weg. Dann kannst du den Kreis gleich holen. Re, re, bla, bla. Geht schlaf. Gute Nacht. Come on, I need help. Gut, echt. Ja, ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen einschießen wieder. Dass ich auch ein bisschen so einen Streaming-Rhythmus wenigstens irgendwie kriege. Aber ich hatte halt einfach keinen Bock. Ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. Und meinem Gehirn. Weißt du, liegt es in Säure? Ich bin eben nicht wieder. Oh, nee. Weißt du, liegt es in Säure? Ja. Aha. Wir können hier am besten weg. Aua. Aua. Der hat mich weggemacht. Oh, ich bin hier unten am Haus irgendwo gestartet. Warum konnte man den letzten Teil nicht zu viert spielen eigentlich? Ja, aber der geht nur noch zu dritt. Ja. Komisch irgendwie, gell? Ja. Rolf, steh schnell auf. Wir gehen dahinten durch die Tür raus. Da hinten wo? Wo ist da hier? Hier, wo wir sind. Renne einfach. Hey. Es sind so viele Häuser, die ich eigentlich durchsuchen will. Aber wir sollten vielleicht ein bisschen zum Questmarker auch gehen, oder? Ja. Dann kriegen wir vielleicht Nebenquests oder steigen im Level ein bisschen. Aber John Cena verfolgt uns. Aber jetzt ist er nur noch alleine, oder? Ja. Jawohl. Nee. Die ganze Malma-Crew kommt. Malma, okay. Die sind alle totkommend. What the fuck? Es gibt in jedem Vierer-Freundeskreis einen, an dem man weniger macht. Hallo. Nächste Frage. Warum spielt Sven nicht mehr? Schöner Schlüpfer. Ja. Do you have pizza? Can we talk inside? Ja. Wenn ich auf diese Tür öffne, ein whole load is army in, und ich bin ganz sicher, das ist ein schlechtes Ding. Die Garten ist automatisch. Es ist einfach zu öffnen. Oh, ja. Kami! Alte Brunstralle! Was geht ab? Ja, das Big Lebowski, alter. Mikasa ist, äh, your Mikasa. Hey, Roxy! We got company! Find your jeans! Ihr habt hingeguckt. Ich hab echt nur mit Vollfassen zu tun. Okay, wir brauchen ne Batterie, oder was? Oh. Alter, wer ist das denn? Glorious! Oh Gott! No, I won't give in. I won't give in. Till I'm victorious. And I will defend. I will defend. And I'll do what I must. Hahaha! Was tut ihr aus? Die Musik dazu. So glorious. Until the end. Until the end. Hallo! Könnt ihr bitte meine zukünftige Frau in Ruhe lassen? Sie ist groß und dunkelhaarig und Basketballerin. Alter, krass! Danke Ralf! Mega krass! Wie geht denn das nebenbei? Aber ich hab schon... Der war so leise auch. Das... Alter, krass! Habt ihr gesehen? Da war meine zukünftige Freundin. Hahaha! Krasser Scheiß! Mega Scheiß! Alter! Dankeschön! Und das war so geil! Die Musik passte voll. Auf einmal Explosionen! Die riesen Tante kam da raus! Alter! Das war voll geil! Guck mal hier, eine Sicherung! Guck mal hier, eine Sicherung! Guck mal hier, eine Sicherung! Oh! Die hab ich erst hochgekickt! Das Auge! Es ist immer das Auge! Das ist... Das ist die Schwarzschelle! Von allen Zombies! Hier liegt die Blaupause bei dem Wackelkopf-Zombie! Wackelkopf-Zombie? Ja, hier... Da liegt einer... Ja, hat sich auch... Den Wackelkopf... Die Blaupause steckt hinten drin! Kann man den Tisch nicht benutzen hier? Nee, irgendwie nicht! Nee! Aber ich hab hier ne... Drei... Das ist ja... Reif hast du eben auch gesehen, dass beim Kreis... Da einmal hier dran hing! Vom Bein! Mh... Der Zombie... Also der Zombie hier... Der... Hier in der Werkbank... Ja... Der macht doch... Das ist jetzt ne Braunpause! Aber ist auch ein gutes Synonym für... Ich geh auf Klo... Groß machen! Ich mach kurz ne Braunpause! Ja, mach mal ne Braunpause! Guck mal da hinten das... Da muss noch ne Batterie rein, oder? Hahahaha! Alter! Woah! Was? Sauere Klau... Was? Gott! Ja! Alter! Das ist schön, dass irgendwas explodiert! Ich dachte, du gehst jetzt noch Klo! Aber jetzt müssen wir hier Sachen töten hier! Huuh, Alter! Ne Braunpause, Junge! Wart mal! Ne Braunpause! Schau'n hier in der Gegend! Ja, ich hab ne Sicherung! Ich hab ne Sicherung! Übrigens! Ja? Äh... Die muss ich irgendwo reinstecken! Da, wo die Grenze gerade! Ja, hier! Die laut da! Ja, toll! Aber da kommt gerade Öl die ganze Zeit aus! Was auch immer raus! Mach mal! Ach, das... Da hast du nen Ölpfeil! Äh... Die kann man bestimmt irgendwo... ... abschalten! Ich weiß nicht, ob ich's platziert! Ja, ein bisschen ins Feuer gegangen oder was? Nö! Ich muss mehr ausweichen, das vergesse ich irgendwie immer! Ja, ich vergesse es auch mal! Aber die Hinrichtungsanimation, die du dann kriegst, wenn du perfekt ausweichst! Oh, Zucker! Ja, ja! 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 So, muss ich jetzt hier das... Feuer hier löschen oder was muss ich mal machen? Ja! 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 Und das WC ist dann der braunen Pausenraum. Bring den Unterhosenmann dazu, dich reinzulassen. Das ist nicht jetzt erst. Na ja, guck, wie würdest du ihn beschreiben? Ja, also, ja, also, das ist mein Hauptberuf, ne, also ich verkaufe Unterhosenwäsche. Auf der Suche nach dem verlorenen Mike. Oh, guck mal, mit Y kann man drücken. Ah, ablehnen. Ah, mit Y kann man... Da stehen noch mehr drin, Ralf. Bring den Unterhosenmann. Hey! Hey! Were you getting the pizza? Or were you fighting zombies in the yard? Fighting zombies? Oh, right. You say pizza? Zombies! Sorry, man. Big evacuation party, you know? Oh, shit! We gotta get to the evac! Roxy! Roxy! Hey! Hey! Come on, babe. We gotta evacuate. Hey, Jazzy, pack your shit! We're going! No rush. You've missed your ride. Oh! 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 My fucking skull! Oh! Oh! Boo! God's and whiskey! God's and whiskey! Slept through another alarm! Hey, at least we got supplies for a few months. You two prepped that much food? Food? Eh, of course. Listen, I'm just looking for your neighbor, Michael. You seen him lately? What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of God's and whiskey has been. Damn right! The correct term is Waspbean. Bigsbean? I'm just wasting time. This was wasted time. Okay, okay. Okay, okay. I'm just wasting time. I'm just wasting time. I'm just wasting time. Oh, shit. Also, nach der Sequenz, können wir alle mal struhen gehen, oder? Ja, dann machen wir erst mal Strollpause. Another night. I need a little longer, because of standing. It takes a little while for me. Dear mother. I also. If you must have said I'm afraid of morning. Please, can you refrain from me? Also, I hope that the safe zone is for you. Yeah, I hope. I need to get my head together. Hey. Come on. She's gonna be okay. They're gonna find her. Come on. Let's like a plan. Yeah, play to our friends. Okay. Safe zone? Is that a safe zone? It's on the floor there. Yeah. Okay. Okay. Bippie, pause. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Okay. So we need to think where we find supplies and how we reach them without getting our box munched. And hey, if I draw a little squiggle here and a little circle there, we got sausage and peppers on our pizza. Ricky, focus. Come on. Sorry, babe. I'm just real hungry. And this box smells good. Babe, I know you're stressing, but this is Jessie we're talking about. Yeah. She's got her head, feet, and ears all screwed on right. Well, the ears could do with some work. You still hung up on her calling your third album? Okay, I guess. It was a masterpiece. Freddie King himself said it was the album of the century. I know he did, babe. I know. His zombie corpse will be the first broad rocking out to your new tracks when they hit. Damn right. Bless his rotten soul. Jessie will be fine. She has one of those things in your head. For thinking. She remembers shit. Not like me. I can't even remember what I had for... What do you call it? Breakfast, genius. And when was the last time we even had breakfast? We'd have to be up before noon for that. Hey, I see the sunrise most every day. If you don't sleep, it doesn't count. Oh, yeah. And then you, like, ruler of rules. I know Jessie will be fine. And she's always fine. But what if this time she's not? Ugh, yeah. So. Da bin ich wieder. Hallo. Ja, nicht nur du. Ahh. Es tut gut. Ahh. Rasiert er seine Hintern selbst? Was ist das hier für... Ach so. ich glaube das garantiert ihr schlüppi was an hat würde ich nicht sagen ich habe da schon leute kennengelernt ich habe auf dem rückweg gedacht da liegt ich habe noch eine schale erdbeeren und ich habe paprika pringels ich glaube noch nie geholt auf rückweg sweet paprika bester pringels oder die blase leute die roten pringels gerne essen hört sich nach erdbeeren bringt er ist freiwillig die roten pringels irgendwie pädagogen oder so oder oder klimakleber aber sonst kauft jedoch sour cream waren früher meine liebsten es gab ja früher nur drei sorten als pringels nach deutschland kam gab es glaube ich nur drei sorten oder ich glaube schon da gab es die roten dann die grünen und paprika hey paul danke dass du zuschaufst komm mal da hier steht voll ganz schön auf dem tisch oder das doch buberts was ist das für eine sorte steht da drauf cbd hoher anteil ist ein hybrid aber steht nicht drauf welche sorte so wieder da also borte bisschen länger also bist du braun kriegst du frauen oder wie zählt das ist hier irgendwo so ein tisch hier ist man safe hier muss doch irgendwo so hier brauche ich auf jeden fall meine stufen anpassung aber wo steht denn was so eine stufen anpassung überhaupt kostet ja das habe ich auch gerade gesucht da steht ich finde schön dass sie das erste was vom tree kommt rein und sieht erstmal schön den schlüpfer mann reparieren das ding braucht auch eine reparatur und die reparatur werden immer teurer ja 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 das ding würde ich gerne mal ich habe kein geld mehr reparieren der kommt weg und das stufenaufstieg boah was das kostet die vulguinenwaffen aufzusteigen kostet 3.100 dollar was was oh a m m m m m m m war in dem außen lagern in der lagerkiste gefunden ja ja hier denke oh ja dann lag ich dann einfach auf meinen also eine bombe von drei tausendhundert dollar Ja, ja, ja. Boah. Hm. Okay. Rucksack. Okay. Was machst du denn im Pool? Nicht reinspringen. Ah. Luftmatratze. Schwimmt die auch? Oh, die schwimmt. Hey, Moment mal, hier ist eine fette Kiste. Au, 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 au. Ja, deswegen wollte ich nicht in den Pool. Aber hier ist irgendwie eine krasse Kiste. Ja, das war irgendwie Strom, ne? Obis Schlüssel erforderlich. Ich hab, ich hab keinen Schlüssel für Obi. Dich auch nicht. Hätte noch diese Werbung damals alles in Obi oder so. Hm. Ja. So. Jetzt hast du eh ohne Flax. Das Auto, wo ich jetzt hier nebenstehen, ne? Das ist doch das James Watt Auto. Von früher. Wohl in Schwarz. Ne, das sieht aus wie von hier, ähm. Ähm. Green Hornet. Oder? Ist das so? Ja! Ja, Green Hornet. Ja. So, wo müssen wir eigentlich lang? Hey, Frank Feldmann. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz. Schön, dass du zuschaust. War nie weg, ich hab nur nicht so viel gestreamt wie sonst. Richtung Süden. Aber der Ralf, der meinte vorhin, äh, Kreis, wenn wir eh zocken, warum streamst du nicht eigentlich? Dann hab ich gedacht, ey Ralf, das ist eigentlich voll eine gute Idee. Ja, dann meinte der Ralf, also den ich nicht kenn, aber der meinte, das ist eine gute Idee. Ich kenn den nicht, aber es muss ein sehr sympathischer, gut aussehender, eloquenter und sehr potenter Mann sein. Also richtig gut aussehend, also da hab ich auch gehört, der muss richtig gut aussehend sein. So. Äh, wir müssen da hoch. Ja. Judo Kick! Was sind, was sind diese Schwarmdinger? Ja, der macht Bienen. Fabian K. hab ich die Spende vorgelesen. Peacefully hat 10 Euro donated. Wann war das denn? Ich hoffe, dir geht's so gut soweit. Meinst du die Spende? Ne, die hab ich nicht vorgelesen. Jetzt aber, also... Dieser Ralf ist ein schlauer Mensch. Frag das mal seine Sparkassenberaterin. Die hat mir gesagt, ich soll den Magic-Karten investieren. Hab ich auch gemacht. Magical Pokémon-Karten. Man kommt von Disney, so ein Trading Card Game. Im August oder so. Ja, da geht's ab. Ja, da geht's ab. Ich hab leider nicht, äh, investiert in, äh, was war das? One Piece. One Piece. Ja. Ich hab ja, ich hab so ein Starter-Deck gekriegt, ein blaues. Und das auch nur unter der Theke, sozusagen. Ja. Weil er gesagt hat, dass die alle in seinen Laden kommen, ihm die Dinger abverkaufen und dann fürs Dreifache im Internet verticken, weil sie halt alle wieder skerten. Äh, richtig. Was hast du gemacht? Ja, ne, er hat's mir ja verkauft, weil ich ihm gesagt hab, ich will das so haben für mich auch, zum Spielen mal. Ja, hast du auch gemacht, ne? Und das geilste ist, er veranstaltet jetzt Dings, ich freu mich schon irgendwie ein bisschen drauf, allerdings hab ich ne Freundin, deswegen kann ich nicht ganz so oft gehen. Aber, er veranstaltet jetzt dann Pen & Papers in seinem Spieleladen. Ähm, wir haben da ein kleines Problem. Was? Dreh ich mal rum. Feuer! Da! Ist wieder... Oh! Der ist totkopf! Mal mal die, alter! Oh! Boah, der ist heftig drauf, der Typ. Hoppala! Oha! Einschlag tot! Okay. Ich komme! Der mag mich! I guess you owe me, huh? Alter! Ich hab' gefluckt! Ich hab' gefluckt! Warum sieht das so verkugelt aus, ach? Das hab ich grad gesagt so. Ah, der Schwarze. Ich kokel den, ich kokel den weg. Au, jetzt lieg ich auf dem Boden. Als ich Pipi war, peacefully, einfach peacefully Pipi. Oh oh, der will grad mich. Ja, ich hol den Seppi grade. Alter, wie er aussieht. Na ja, einfach verkokel, bis du geht nicht mehr. Oh oh. Warte, ich hol den Kreis. Leck ihn ab. Mit Linie erschienen. Alter, wenn die Totenkopf haben, dann sind die so bach, ey. Ja. Aber es ist auch gebessert, also dürfte er mit Stromattacken gerade mehr Schaden bekommen. Eigentlich. Halt mich jetzt mal da raus. Aua. Aber immer die Zombies wieder nachkommen, ne? Äh, der Malma steht grade auf mich. Kann jemand Zenfee wiederbeleben? Kannst du Zenfee wiederbeleben? Ja, ja, ja. Aber das ist grad ein Zombie nebenbei. Warte, den mach ich weg. Ah, ich hoffe, ich mach ihn weg, ja. Oh. Oh. Let's go. Okay. Äh, man kann auch Waffen werfen. Äh, man kann auch Waffen werfen. Ja, Tom. Okay. Man kann sie werfen, aber dann muss man sich auch wiederholen. Ja, Seppi konnte ich nicht retten, aber... Boah, das ist ja blöd. Oh, stopp. Hab mal nen Nachteil davon, wenn man stirbt. Nicht so wirklich, ne? Ne, irgendwie nicht so wirklich. Ich schätz mal hinterher... Aua. In irgendwelchen Quests oder so. Ey, wo kommen die ganzen anderen Zombies her? Ey, da oben ist irgendwie so ne Party irgendwo. Okay, der Malma ist hinter mir her, du kannst Zenfee wiederbeleben. Aua. Boah. Wer denn aus? Weil das nen Totenkopf Malma ist, gell? Naja, aber vorher waren die Totenkopf-Typi ist ja nicht so schlimm. Warte, jetzt noch mal mehr im Rücken schlägt. Ja. War noch keine Malma. Oh, er hat mich auch erwischt. Oh, er hat mich auch erwischt. Zenfee, Vorsicht. Okay, ich renne mal erstmal weg. Zenfee. Was war dein Fehler, Peacefulie? Du hast dich umbenannt. Du hieß früher anders. Das erkenne ich an dem Bild. Ben gleich weg. Der ist ja Peacefulie. Aua. Hey, dying is not part of the plan. Aber jetzt haben wir ihn schon so weit, jetzt müssen wir ihn holen. Ja. Auf jeden Fall. Fick mal. Ich stech mit nem Bowie rein, Alter. Ähm. Ähm. Aua. Mach gar keinen Schaden, das Bowie. Er hat ein Messer im Kopf stecken. Mit eins im Rücken. Ja, im Rücken, in Hand. Also ich sehe ganz besser sicher. Alter, er hat uns doppelge- Alter, Fran! Hier kommt noch Money, 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 Money. Dad, 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 Dad. Gib mir meine Messer wieder. Noch? Da hat er gespawnt. Ich hab hier Zombies am Start hier, bis du gehst nicht mehr. Frankie, Alter. Frankie haut 100 heraus. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Das hat er gespawnt. Frank, Alter Schwede. Vielen, vielen Dank, Frank. Das ist richtig krank, Frank. Vielen Dank, Frank. Mega krass. Dankeschön. Jason, danke. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Okay. Kannst du blöden Sprüche von Tiefen? Ja, gut, natürlich. In Sachen Humor. Was hast du da? Da fehlt natürlich ein Kreis. Da bin ich mir auch sicher. Ich hab auch gerne mit Kies gespielt. Wir sind ja auch Friends. Wir schicken uns ja auch noch ein bisschen Kram und so. Auch hier das mit dem Anus-Kitzler-Ding auf Insta. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da war ich gerade auf der Arbeit. Alter. Habt ihr ihn jetzt endlich? Nee. Also, ich bin gerade richtig scheiße gespawnt. Da waren plötzlich 5.000 zu müssen in mir. Da kommt noch mal Giorgina. Ja. Giorgina ist auch noch gekommen. Aber der Totenkopf Malma ist wenigstens schon mal weg. Ja. Ja. Boah. Boah. krasser schild hat fast ein zusätzliches monatsgehalt zusammen ja allerdings aber ich spare auf ein auto das heißt leute vielen vielen dank was ich gedacht dass wir heute noch so viele leute zusammen kriegen können wir mit 270 oder so beliebt schrecklich schade 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 dass leute von ich habe so hart daran gearbeitet ist nicht so ist ja aber schade dass die leute vom kentys nicht darüber kommen die e-zigaretten wie jetzt hier also die leute die e-zigaretten rauchen das sind die die elfster oder elfster oder wie die leiter untersuchen leute ihr habt doch so viel cooles altes material daran habe ich nie geld verdient an dem ganz alten zeug hatte ich nicht mal ein bad achtung vor uns sind wir stolper fallen okay oder so machen anlocken ach ja stimmt man kann der waffen werfen habe nur die wurfstelle genommen da ist noch eine falle ne dem nur eine nicht ausgelöst schrott mit der voll toll ich freue mich über jede schöne fragen über jede spende egal wie klein oder groß ist immer mega macht mir immer zusätzlich ich bin nur eingelaufen also ich habe kein charme bekommen ich habe ich habe die wassertank reingeschmissen ach so okay ich habe ein arbeitskollegen der kommt aus südamerika ist ein geiler typ dazu richtig auch diese diese vibes halt einfach und wir haben mit ihm gequatscht so und er wollte dann wissen wie das funktioniert halt und so du kannst den leuten das nicht erklären warum menschen menschen haben wir jetzt einfach auch ein hunderte oder mehr so 500 oder oder noch mehr manchmal so du kannst denn das nicht erklären dass meine freundin schädig nicht er ist recht der ist richtig tot die mich aber batterie batterie ja ich wollte die batterie nur aufheben da reinstecken und da muss er aus sein die treppen hochgegangen war das richtig oder müssen wir dort noch was erledigen warum sagt mir kann das ist eine falle die hat mich betroffen aber nicht so schnell alter hat mich getötet hat meine batterie abgewährt ach kam mir das ist ja nicht so schlimm hauptsache du hast einen dann dann so viel wichtiger als jetzt dann und kreist ja dann noch mal fünf euro extra sorge für ruhe warum schlägt er denn daneben ich habe mich verprügelt man zu zweit ich habe mich vollzeit 38 1 halb stunden die woche ich bauflugzeuge spätschicht frühschicht da jetzt so blöd gedacht ich bin so ein reiner influenza der sich die kohle rein zieht nur naja du bist so key show das ist immer blöd wenn dann plötzlich eine wirkliche arbeit hat bist du key show gesagt so mir tut alles wie eine zeit seiten zarten finger spielen an ende ich schwitze richtig auf der arbeit unter atemschutz teilweise ganzen tag ich möchte richtig hart hätte jesse wo ist sie vor der werkbank baller ein paar hundert ferniten am tag ich brauche mir keinen erzählen zu lassen mehr ja ich wollte gerade mit jesse reden aber okay ich bin jesse amy amy am a friend of michael's oh he never mentioned you you can make friends quick these days ich steig drunter von auf dem mobil von kronen nicht vergessen nicht vergessen mit den sichern aus du später in den gemel ich sage was er hat das ist community lauf mcfit vielen vielen dank dankeschön mcfit ich wünsche auch noch einen schönen abend war idiot komm gut in den sonntag rein ach gut benny schon abend haben wir uns kein lundzu ich hoffe mich ich hoffe michael kommt zurück ich vermisse jemand intelligent zu sprechen hoppkommen dankeschön gute nacht schlaf gut vielen dank fürs zuschauen du kannst gehen aber der mcfit nochmal raus so er ist ganz schön fit der verdient sein geld mit fit sein weil er so fit ist und er richtig raus ich bin ich bin Alter seid ihr fertig mit der mcfit oder das ohhhhhh 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 egal was du sagst ich kann es grad eh nicht hören ohhhhhh Alter Ralf Junge ja ich hör auf ja Ralf also Dankeschön also Ralf fängt alle auf ne 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 nicht ich hör auf sondern dieser komische Typ da ach so also der komische Typ da dieser der du meinst den äh anonymen Alf ja den komischen ja genau der hört auf mega krass vielen Dank dankeschön ne der hört auf ist trotzdem mega krass jetzt kann ich mir für zwei monate bei mediamarkt ein tesla leihen ja oder geht das doch schon letztens irgendwie in der Zeitung oder so äh hier hab ich irgendwo gelesen dass du irgendwie bei mediamarkt jetzt ein tesla leihen kannst irgendwie für 500 euro im monat oder so viel bisschen übertrieben aber ich will lieber selber eigentlich finanzieren ja kann ich nicht schaufeln schaufeln ne wobei das natürlich mal interessant wäre wäre für leute die jetzt richtig asche haben oder so einfach um ihn mal auszuprobieren ne so du hast dann holst du den für einen monat hast alles dabei versicherung klar ne brauchst du strom laden ja könnte ich machen aber ne hab ich kein bock drauf ne ne also ne also der komische typ da der 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 bei dir im keller sitzt und das geld ich ich red das nicht so von dem typen der das machen könnte ne so ne 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 komisch was hat er man hat ausrufezeichen weil es ein shocker ist achso wo sind Everdee hin da ok GR Statistics hat er noch eine kappe und eine brille weg ist es jetzt hängt ihm der kiefer irgendwie quer kein helm auf der expo gleich oder hochzeichen okay weiter das lag da lag irgendwas so proteinriegel ja 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 No, I won't give in, I won't give in, till I'm victorious, and I will defend, I will defend, and I'll do what I must. No, I won't give in, I won't give in, I'm so glorious, until the end, until the end. Vorher bin ich raus. Alter, Hilmarsen, was geht bei dir ab? Leute, ey, jetzt, jetzt, langsam fühle ich mich aber wirklich schon wieder schlecht. Und das, obwohl ich jetzt noch arbeiten gehe, und, also wirklich. Ja, aber du bist einer der beliebigsten Streamer, glaube ich. Weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Also, es gibt Leute, die haben mehr Zuschauer, aber nicht so geile irgendwie, es ist völliger Wahnsinn. Ja, genau, du hast einfach die Geile. Ja. Das ist völlig, was ist das da, Cole? Was war das jetzt, was du gemacht hast? Schade, ich hab auch. Colonel Sanders oder so. Aua. Ich hab gedacht, das wäre Öl. Nee, das war Blut. Das war auch wie Öl. Alter, ihr seid doch fertig, Leute. Ihr seid doch fertig. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hab, was das angeht, mega Glück gehabt, so. Ja, wo kommen die Bienter, ja? Aus meiner Unterhose. Ja. Ich wollte im Spiel. Fuck. Irgendwelche Insekten fressen mich gerade. Hey. Die töten gerade mich. Ach so, ein Schocker. Ach ja, da ist das Leben manchmal wieder. Aber das ist gut. Glückwunsch. 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 Vielleicht fahr ich nächstes Wochenende mit der Kurze ins Legoland. Ja, gerne. Mach das. Ich fahr jetzt vor kurzem mit meinem Parkkind in Legoland. Boah, das hat mir nicht Spaß. Wir haben eine neue Achterbahn. Okay, ich war in Oberhausen. Also, gibt es in Legoland? Ja, in Oberhausen gibt es ein Legoland. Oder ist das Movie Park? Nee. Nee. Der ist in Bottrop, gell? Bottrop Kirchellen ist ein... Movie Park. Das war früher mal Movie World. Ich glaube, das heißt jetzt anders. Aber... Ja, ja. Hab ein Oberhausen, es gibt einen Legopark. Das und Phantasialand sind so meine Kindheits-Parks. Richtig. Phantasialand. Gibt es eigentlich noch hier diese... Diese chinesische Geisterbahn? Äh, nee. Diese Gondelfahrt oder wie das hieß. Ey, da lag was Blaues. Oh. Was ist das? Ohrbombe. Achso, da wollte ich doch eh mal gucken. Äh, nehm ich doch mal ne Rohrbombe mit. Na, guck doch mal kurz Rucksack. Aufgeschossen. Rohrbombe. Ja, sicher. Da tausche ich aus durch die Sachen, die... Äh, Sachen löschen können. Ja. Denke, wenn man jüngere Zuseher hat, sind die nicht so loyal. Die wechseln schnell, weil die Alten sind da eher sesshaft. Ist wie mit ner Frau. Eines Tages sucht man sich alle zum Altwerden. Wer hat das geschrieben? Wer? Burning P hat das geschrieben. Ja, Burning P. Ey, das sind überall brennende Zombies. Ja, die hau ich jetzt mit meiner Elektro-Krete. Was, wenn ich da jetzt mal das da reinschmeiß, brennen die dann nicht mehr? Ja. Ja. Guck mal, warte, warte, warte. Die sammeln sich jetzt da. Ich schmeiß ne Rohrbombe rein. So, du auch? Oh. Äh. Okay. Es ist gedauert irgendwie. Feuerwerk! Da liegt einer am Boden. Ja, da liegt einer am Boden. Dantelos, machen wir Fahrgemeinschaft. Ey, bei mir in der Firma suchen die noch Leute. Die zahlen nach Tarifvertrag. Richtig gut. Die Arbeit ist, ja, körperlich anstrengend, aber wird gut entlohnt. Ey, Europa-Park war ich noch nie. Da will ich auch unbedingt irgendwann mal hin. Dantelos, haut noch ein Fünfer raus. Dankeschön. Dantelos, jetzt ist Schluss. Alter, ihr seid so krass, das geht ab. Oh. Also ich hab so Rückenschmerzen. Ihr macht mir so ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt wieder den Stream ausmachen muss irgendwann. Und ich esse nicht mal scharfe Bohnen, wie andere Leute, die ihren Körper verkaufen für Geld. Ich würd's für weniger machen. So. Na. Aber ich hab wohl noch mal aufgehört. War auch noch nie. Gehen wir zusammen. Machen wir Community-Event. Wir treffen uns im Europa-Park. Irgendwann im Sommer. Ich sag, wann ich da bin. Jetzt bin ich ja kein Influencer mehr. Jetzt kann ich das ja machen. Krass, der Kreis. Boss Banju. Alle machen einen Kreis, auf dass er die Welt einen wird. So wie auch kleine Kinder mit Leder vereinigt werden. Egal, ob jeden Tag oder einmal. Chinesisch bei dir gibt. Danke schön. Mega krass. Vielen Dank. Danke schön. Oh. Rohrbombe. Bam. Rohrbombe. Oha. Oh, das mag der aber gar nicht. Oh. Der auch nicht. Oh. Oh. Fehlt Malmadis wieder da. Oh Gott. Wo? Oh. Ich brenne in meiner Gesundheit. Ich bin entflammt. Die Liebe brennt in mir. Oh Gott. Sandra. Herrke schön. Für zwei Euro schon mal. Geht'n da ab. Oh. Was ich heute zum Mittag hatte. Pommes. Dum, 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 dum. Ich hab mir Pommes frittiert. Und dann mit so einer geilen Barbecue-Soße. Und Gourmet-Remoulade. Mit echten Gurkenstückchen. Hab ich mir gegönnt heute. War sehr lecker. Und immer wenn ich Remoulade esse, muss ich an meine Freundin denken. Weil sie so nach Remoulade riecht. Nein. Weil sie so gern Remoulade isst. Movie Park. Alter, Movie Park war ich auch so oft als Kind. Area 51. Ich war irgendwann voll... Das war dann... Dann war ich mit meiner Tochter da. Das war halt irgendwie voll krass. So, wenn man... Weißt du, das sind so Momente, wo du dann plötzlich so darüber nachdenkst. So, wie du als Kind selber da warst. Und diese Faszination halt erlebt hast. Und dann auf einmal bist du mit deinem eigenen Kind da. Und es freut sich einfach. Du hast, ne, diese leuchtbaren Augen und alles. Aber früher war es halt hier im Movie Park. Ja, doch. Früher war es Warner Brothers Movie World. Wie hieß es damals. Genau, Warner Brothers Movie Park, genau. Aber jetzt hast du halt Spongebob und so da. Und das ist auch okay. Also meine Tochter fand es mega geil. Alter, wie ich ihn gritte. Wie ich ihn gritte. Oh, endlich tot. Sandra, danke schön für die Aue noch mal. Oh, mega geil. Oh, ey, mein Rücken tut so weh. Aua. Das Schlimmste waren jetzt... Ja, das Schlimmste war in den ersten Tagen die Füße. Und dann kriegst du ja neue Arbeitskleidung. Und dann hast du so neue Schuhe, die halt noch nicht eingetragen sind und so. Und dann stehst du halt einfach plötzlich zehn Stunden am Tag da rum. Boah, Alter, meine Füße haben gebrannt. Nein, mein dicker Zeh hat richtig so gestochen abends im Bett. So richtig übel. Und wenn ich dann zehn Minuten gesessen habe zu Hause, um mich auszuruhen. Oder halt auf der Couch gelegen habe. Und dann versucht habe, nochmal aufzustehen. Alter, ich bin gelaufen als wirklich wie ein Pinguin, der sich in den Drack gekackt hat. Richtig übel. Richtig unangenehm. Also nicht so, wie wenn du dich richtig eingekackt hast, sondern eher so, wenn du nur so... Ja, so mittelmäßig abgewischt hast und merkst, wie es trocknet. Weißt du? So, und dann denkst du, Mist. Und es ist keine neue Toilette in der Nähe, um nochmal nachzuputzen. So läufst du ungefähr dann. Und dann hast du halt ein Problem, ne? Wir kennen das. Und dann... Einfach... Aua. Oh, Bombe. Ah, mit dir. Oh. Oh. Oh, Mann. Das war ich nicht. Das war der Typ. Der ist explodiert. Ja. Zonenausgang. Haben die Füße gekribbelt. Die haben richtig geschmerzt. Das hat richtig im dicken Zeh. Das hat richtig gestochen, als würde ein Nagel drinstecken, Alter. Ey, Schloss Beck kenn ich auch noch. Das ist ja da in der Nähe vom Movie Park. Aber da fährt keiner hin. Ja, vom Movie Park, ja. Alle fahren immer zum Movie Park. Aber doch, Schloss Beck, ja, doch. Davon. Also, hast du Kinder von 1 bis 10, da falle ich da hin. Monash Studios. Äh, aber Kinders, ähm, es ist halb 12. Ich muss morgen noch mal auf, äh, Taufe. Äh, ja stimmt, Taufe. Äh, ja stimmt, Taufe. Was? Taufe. Ähm, seid ihr mir böse, wenn ich mich jetzt rausscheide? Also, wenn ich jetzt raus bin. Was passiert, wenn du jetzt rausgehst? Lass uns das mal checken kurz. Weiß ich nicht. Also, ich will jetzt mal Escape drücken. Wir gucken mal. Achso, ja, ihr seid ja alle bei mir drin, ne? Alter, hab dir mal, wo du das gerade sagst. Dantelos, hast du mal Pinguine kacken sehen? Ja. Oh. Die Verbindung wurde getrennt. Okay. Was ist, wenn ich jetzt auf Fortsetzen gehe? Wo fange ich dann an? Keine Ahnung. Ja, eigentlich da, wo ihr aufgehört habt. Hoffe ich. Ich schau mal, was passiert. Nur mal zum Testen jetzt. Weil ich gehe jetzt auch Richtung Feierabend. Achso, okay. Aber, ich wollte nur mal gucken, was dann. Dass du die Schuhe so... Ja, die müssen von Anfang an passen, tun sie aber nicht. Weil du halt, du kriegst... Ja, ich starte genau hier wieder. Weil du kriegst ja so massengenerierten Schuh einfach, ne? Nicht jede Firma macht das mit hier Fußabmessen. Und dann kriegst du eine extra Einlage und so, ne? Du kriegst halt einfach deinen Arbeitsschuh fertig in deiner Größe. Und das ist halt dieses... Fakt ist aber auch, wenn man sie länger benutzt, fühlt man sich irgendwann ein bisschen wohler drin. Weil sie halt die Fußform so ein bisschen, äh... Mit annehmen. Ne? Oh, ich könnte jetzt ausweichen und blocken. Ich will auch hier nicht arbeiten, aber noch keine Ausbildung. Tree, wohnst du in Bayern, zufällig in der Nähe von Oberpfaffenhofen? Da gibt es nämlich eine Firma, die bilden auch aus. Und die bauen Flugzeuge. Also geh da mal hin. Fakt da mal nach. Zahlen gut. Ralf geht ins Bett, oder was? Naja, es wird langsam. Ja, dann wird es ja auch langsam Zeit, oder? Nee, halt, stopp. Bitt ich. Natürlich kommt noch was. Warte. Oh, oh, oh. Ah, Ralf. Ja, Ralf. Wie ist Ralf? Hä, wie hast du das jetzt gemacht? War da draußen so ein Kasten? Achso. Ja. Wo ist draußen ein Kasten? Security. Hier. Dieser Stromkasten hier oben. Schrott. Mein Inventar ist auch voll. Gibt es hier irgendeinen Schreibtisch? Ne, äh... Achso, ihr Schweine. Ihr spielt ohne mich. Ja, okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich würde gerne noch so... Ne, wie ich das sonst auch immer mache. Weißt du, wie bei... Ähm... Wo wir hier... Äh... Little Tina... Ne, Tiny Tina gespielt haben. Weißt du, dass man so... Bevor man dann beendet, nochmal alle Waffen... Schrott aus... Oh, was? No, I won't give in. I won't give in. Till I'm victorious. And I will defend. I won't give in. And I'll do what I must. No, I won't give in. I won't give in. Oh, so glorious. Until the end. Until the end. Weißt du, aber wenn Ralf jetzt im Bett ist, dann habe ich nur ein halbschlechtes Gewissen, wenn ich auch schlafen gehe. Achso. Wenn Ralf jetzt picken, ist nur ein halbschlechtes Gewissen. Okay. Ja, nein, weil dadurch... Weißt du, du hast mitgezockt und noch so viel Kohle raus... Also dein... Der anonyme Ralf... Wer hat abonniert? Wer? Ich? Der hat gespendet. Ich habe nicht abonniert. Nee. Nee, ich habe gerade gespendet. Oder gibt es hier... Warte mal. Das muss doch irgendwie... Karte. Kann ich irgendwo in eine Geldkassette... Rise of the God Spider. Hier muss doch irgendwo so ein Tisch oder so was sein. Captain Alley Wixen, was? Aber hier... Wahrscheinlich schon nicht angezeigt. Dann gibt es hier wahrscheinlich irgendwo ein Safe Room, den wir noch nicht gefunden haben. Garantiert. Aber guck mal, hier ist doch so ein kleiner Trailerpark. Ralf, danke. Ralf, danke. Richtig krass. Ralf, danke. Mega nice, alter. Mega ultra... Aber... Nee, das sieht aber nicht nach Safe Room aus. Obwohl... Nee, man muss ja immer sonst diese Tore irgendwie aktivieren extra, ne? Ja, Hilma, du musst ja auch nicht mithalten. Jetzt hast du ja schon genug herausgefordert. Das Klopapier... Warte, wir machen mal hier... Ey... Achso, wir sind immer noch im Discord. Ich kann ja jetzt sagen... Ey, der Hilma... Äh... Mit mir nicht... Wirklich, ehrlich nicht. Mach das nicht mit mir. Er zappt. Bitte nicht mit mir. Aber hat der hier wenigstens gespeichert, dass wenn ich jetzt gehe, dann... Normal müsste er gespeichert. Ja, ich glaube, du wirst gespeichert, ja. Na gut, ich bin ja auch einfach bei Weitermachen wieder hier reingekommen, weil dann mach ich jetzt auch hier Feierabend. Genau. Das ist ein bisschen schade, dass es hier keine Spiegelungen gibt, ne? Ja doch, deine Waffe spiegelt sich. Ne, im Spiegel sehe ich nichts. Und ich gehe erst mal duschen. Im Spiegel siehst du nur deine Waffe höchstens. Ich hoffe, es dauert nicht wieder drei Wochen bis ich wecken lässt. Ne, vielleicht morgen Abend nochmal. Vielleicht mache ich morgen Abend noch eine kleine Session oder so. Mal gucken. Ich muss halt um... Ja, halb fünf wieder aufstehen, Montag, aber... Also meine Taufe... Wart mal, Mary schreibt, ganz schön, besser ist dieser Ralf. Ja, wer ist denn dieser Ralf? Also dieser Ralf, den kenn ich nicht, aber ich bin der Ralf. Ich bin der Ralf, oder? Ja, genau. Meine Taufe ist morgen... Deine? Ja, also meine Taufe, genau. Ich bin der Ralf und weggetauft. Ich bin der Ralf und ich werde getauft. Genau. Ich habe Taufe um 11.30 Uhr. Mal gucken. Wenn ich Bock habe, bin ich vielleicht auch im Livestream. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Wenn ich dann noch lebe. Wenn irgendjemand noch lebt oder sonstiges. Der Ralf Live hatte übrigens... Wenn ich jetzt mal so sagen darf, den kenne ich ja nicht, aber der Ralf Live hatte zwei Wochen Urlaub. Und hat sein Wochenende genießt. Genossen. Genossen. Ich habe leider gar keinen Endscreen mehr. Ich habe keinen... Ja, weil mir doch die Festplatte abgeraucht ist, wo... Ich habe aber gerade gesehen, dass mein Lebensbalken geschehen wurde. Ja, den... Da können wir uns morgen... Also, nicht meinen. Also, von dem Typen, den ich kenne. Leeroy! So. Leeroy schließt sich auch nochmal an. Leeroy, einfach dick. Den habe ich vorhin schon im Chat da rumwuseln sehen. Dankeschön. Cheers. Grüß dich. Oh. Ich habe keinen Endscreen mehr, Leute. Es tut mir leid, weil... Äh... Die ganzen Dateien dafür, weißt du, so Bilddateien und so. Auch für Subnails musste ich gerade erst mal improvisieren. Weil... Das war alles auf einer Festplatte, die mir abgeraucht ist quasi. Und da war alles drauf. Das ganze Bildzeug, das ganze... Äh... Hier Streamzeug und so. Ja. Och Gott. Und ich habe halt noch nicht alles wieder gerettet. Beziehungsweise... Deswegen gibt es leider keinen Endscreen. Ja. Also... Also alles in Kokito. Ja. In Kokonitoto. In... In... Kokonitoto. In... Kokonitoto. Keine Ahnung. Das ist... Okay. Das ist japanisch. Äh... Warte mal, Widgets. Mal gucken, ob die... Ob man die Credits denn sehen kann überhaupt. Ne. Ne. Die waren ja schwarz. Ne. Keine Ahnung. Ja, ja. Die waren... Vielleicht wenn ich sie... Die Farbe ändere. Mal gucken. Dann was passiert. Ne. Hahaha. Schade. Schade. Es ist kaputt. Schade. 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 Es ist leider kaputt. Habe ich jetzt vorm Stream nicht dran gedacht, dass mir der Endscreen fehlen könnte. Ah... Naja, Leute. Ich mache hier im Stream jetzt dann erstmal einen Stream zu. Äh... Leider ohne Credits und Musik, weil das alles weg ist. Äh... Haha. Ich bedanke mich, Leute. Ne. Für die Donations. Fürs Zusehen. Zuhören. Mitmachen. Spaß haben. Reden. Wie gesagt, vielleicht morgen. Ansonsten mal gucken, ob ich es im Laufe der Woche mal schaffe. Weil Frühschicht, da geht das ja ein bisschen besser. Und äh... Ja, ne. Wenn die kurze Frühpennen geht, dann haben wir auch gute Chancen, dass da was läuft. Auf jeden Fall. Äh... Vielen Dank. Ich wünsche euch was. Danke, dass ihr auch so zahlreich heute erschienen seid. Wieder trotz meiner langen Abwesenheit. Ich fühle mich deswegen meistens ein bisschen schlecht noch nebenbei. Aber wie ich sehe, seid ihr alle geil. Und dann bin ich auch geil. Und dann werden wir auch alle feucht. Und so. Ihr wisst, wie das ist, ne? Ohne Regen. Mit Öl, wirst du sagen. Ja. Und äh... Schön mit Öl reingehauen. Äh... Schlagt niemanden. Und... Ach Gott. Guck mal. Doch. Da kommt was. Da kommen Credits. Aber wie langsam. Oh. 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 Das ist was Neues. Das kenn ich gar nicht. Was ist das denn? Alter, guck mal. Das ist ja richtig cool, ey. Mit so Dingern und so. 571 Likes. Guck mal. Ey, seid richtig geil, ne? Das ist schon pervers. Okay. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Auch aus meiner Situation jetzt so, ne? Du denkst dir nichts Böses. Denkst, okay. Schämst dich sogar so ein bisschen, weil du online gehst und so lange nicht da warst und sagst, was erzählst du den Leuten und dann... Das ist wirklich neu. Hä? Das ist wirklich neu. Ja, ist irgendwie neu. Aber es funktioniert und das ist gut. Das ist nur ein bisschen langsam. Das sieht aus wie aus dem 90er Jahre Third-Person-Shooter. Ist doch geil. Jetzt habe ich eine Motte hier drin oder sowas. So ein Motte. Na ja, siehste, guck. Man hat viel Zeit verloren, aber eine Motte gewonnen. Was hat mir geschrieben? Was hat mir geschrieben? Nein, ich werde nicht getauft. Ich werde nicht getauft. Ich muss auch getaufen. So wie bei Dings hier, der dritte Teil von Bioshop, weißt du? Da wirst du doch am Anfang auch so getauft. So, das waren die Credits. Also plupp sind sie einfach weg. Wie geil. Okay. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank auch die Mitspieler. Es war mir eine große Ehre. Gut, wir sind ja gleich noch hier im Disco vielleicht ein bisschen. Ja. Gute Nacht. Reingehauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal für den Support. Danke für die Unterstützung. Danke fürs Zusehen. Und ja, danke für die lange und ehrenhafte Treue. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Eindauen und schau mit au. Ciao.